Das erste, was ich gemacht habe, ich habe so geweint. Mir sind so die Tränen geflossen und so weiter. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so heftig geweint. Hast du es noch so unterdrückt, weil du vor deinem Bruder sprechen wolltest? Ja, ja, ich wollte jetzt nicht vor meinem Bruder so einknicken und so weiter. Ich dachte, ich brauche diesen Moment jetzt für mich, um einfach so alles rauszulassen. Geweint, geweint, geweint. Und ich kann mich erinnern, er sagte zu meinem Bruder, als er dann wieder zurückgekommen ist, er sieht so rote Augen, was ist los? Irgendwie jemand ist gestorben. Ich habe zu meinem Bruder gesagt, hey, guck mal, hör mal doch, in diesem Hotel werden wir nicht mehr bleiben. Wir packen unsere Sachen morgens in den Weg. Das Buch habe ich aber ready gemacht und Vertrieb dann hingeschickt und so weiter, ausgedruckt und so. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist das Buch öffentlich, jetzt werde ich viel gebessert. Jetzt habe ich es geschafft. Du hast gemerkt, jetzt fängt es erst an. Richtig, dann so die ersten zwei Monate und so weiter, so drei Bücher verkauft. Und ich bin in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen und wenn du dann halt irgendwann mal anfängst, richtig viel Geld zu verdienen mit Büchern und wir reden hier von 10.000 bis 15.000 Euro im Monat, dann... Wie würdest du versuchen reinzugeben, wenn du jetzt... Sag mal, ich will jetzt auf einmal Künstler, ich will Auto werden. So, ich sag, ich kann gut schreiben. Gibt es da irgendwas, so einen Weg, wo du sagst, so will ich das heutzutage machen. Leute, willkommen zu einer neuen Folge Ready2Podcast. Fast wäre in die Hose gegangen, Bruder. So, noch letzte Sekunde gesehen, dass wir... So, Bruder, weißt du, wie oft wir Folgen drehen hier? Und dann, wir sind so halbe Stunde mittendrin, bis einer guckt. Bruder, wir haben einfach vergessen, auf Aufnahmen zu drücken. Boah, Junge, das ist immer so harter Pain. Wir haben heute einen Gast hier, der Kev Vidala, glaube ich, ne? Ähm, ja, du bist Autor. Ähm, du hast aber auch viele andere Sachen in deinem Leben gemacht. Wir haben gerade schon so ein bisschen vor der Aufnahme gequatscht. Und was ich mir überlegt habe, ist, dass wir heute so ein bisschen so dein Leben komplett sogar durchgehen. Äh, wir werden auch viel über dieses Autorending reden, so, was es heißt, ein Schriftsteller zu sein heutzutage. Äh, die ganze Industrie dahinter und so weiter, wie das alles funktioniert. Darüber willst du uns was erzählen? Ähm... Oder warte ganz kurz, ich glaube, man hört dich nicht. Sprech mal kurz weg. Äh, ne. 1, 2, 3? Ne, man hört dich nicht. Warte kurz. 1, 2, 3. Ja, jetzt, okay. 1, 2, 3. Okay, jetzt, super. Wollen wir nochmal neu anfangen? So, ne. So, so nichts Interessantes gesagt. Er hat ja nichts gesagt. Ja. Okay. Ähm, ja. Dann, lass uns mal anfangen. Ich habe mir überlegt, ähm, du bist ja nicht in Deutschland geboren worden, ne? Vielleicht fangen wir da mal an. Yes. Wo bist du geboren? Ähm, ich komme aus der Demokratischen Republik Kongo, also, äh, ja, da geboren und aufgewachsen, bis ich ungefähr, ja, 10 Jahre alt war. Ja. Und, äh, dann hatte ich eine schwere Krankheit gehabt und da sagte der Arzt, äh, zu meiner Mom damals, okay, entweder der Junge geht in Europa und, ähm, ja, soll da behandelt werden oder der wird auf jeden Fall nicht, äh, seinen elften Geburtstag feiern können. Boah, krass. Und, äh, ja, dann hat meine Mutter dafür gesorgt, äh, weil mein Vater hat schon hier in Deutschland gelebt, ähm, damals, ähm, von, äh, Russland in die DDR-Zeit, äh, also, in die DDR gekommen. Und, äh, genau, hat dann mein Vater sozusagen gesagt, hey, entweder du holst den Jungen oder, ja, du hast einen Sohn weniger. Und, äh, äh, was hast du für eine Krankheit? Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber das war etwas gewesen, was, ähm, also, ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber viele, ähm, afrikanische Kinder, wenn sie Mangelernährung haben und so weiter, dann bekommen sie dicke Bäuche. Ja, 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 ja. Und bei mir war das halt so gewesen, dass mein Bauch angefangen hat, äh, so groß zu werden, dass es an meine, ähm, Organe gegangen ist und dann auch, ähm, an mein Herz. Und ich wurde immer sehr, sehr oft ohnmächtig. Das bedeutet, wenn ich, äh, damals zur Schule gegangen bin, bin ich einfach umgekippt. Ja. Und dann wurde ich untersucht und dann hat man gesehen, okay, der Junge, ähm, hat keine gute Ernährung, äh, die Medizin war auch damals, äh, 1997, äh, 98 war ja, äh, noch schlimmer als, äh, heute. Ähm. Was bist du für einen Jahr gegangen? 89. 89er. Genau. Und, äh, ja, dann hat man gesagt, okay, gut, ähm, wir können nicht, nichts viel machen, weil wir haben die Kapazität nicht, um den Jungen irgendwie zu helfen und so weiter. Und, äh, dann hieß es, okay, er muss auf jeden Fall in Europa und mein Mut hat dann dafür gesorgt, sozusagen, dass mein Vater mich dann auf jeden Fall, ähm... Also dein Vater war in der DDR, oder? Ähm, ne, damals 1989, das bedeutet, mein Vater ist zwei, drei Monate nach meiner Geburt, ist er nach, äh, nach, äh, äh, Russland erst mal gekommen, weil ihr müsst euch so vorstellen, ähm, ähm, damals hatte Angola eine Kooperation mit einer, äh, Universität in Moskau. Und mein Vater ist ja in Kongo geboren, aber wir haben auch angolanische Wurzeln. Und, ähm, der hat... Angola ist so direkt neben Kongo, ne? Richtig, ganz genau. Und der hat dann mit dem Trick, sozusagen, ähm, ja, hatte er dann, ähm, so einen Universitätsabschluss in Angola dann, auf den so, wahrscheinlich so ganz schnell, in zwei Monaten hat er dann, ist er Doktor geworden. Und, ähm, ja, damals dann sind sehr viele Jugendliche dann mit dem LKW dann über die Grenze gefahren nach Angola und von Angola aus hat er dann jemanden bestochen und dann ein Tempel bekommen, Student, abgeschlossen und so weiter. Ja. Und dann konnte er sozusagen ein Auslands, äh, Semesterjahr in Moskau machen. Rübergegangen oder rübergeflogen. GmbK haben auch viele Kongolesen gewählt, hat der Welli mal gesagt, dass sie erst nach Angola gegangen sind und von da aus dann ins Ausland, ne? Richtig, ganz genau. Viele sind in Moskau gelandet, viele aber auch in anderen Ländern, viele auch in China, also es gab viele Kooperationen, ähm, damals natürlich, äh, top für meinen Vater. Und von Moskau aus ist er nach, äh, Berlin, äh, dann gekommen, also DDR-Zeit, also kurz vor dem Mauerfall. Mhm. War ja von Russland eh besetzt. Richtig, ganz genau. Und das war natürlich, die Russen haben gesagt, okay, alle Afrikaner bitte einmal zu, äh, zu DDR und so weiter. Und, äh, von da aus, ähm, genau, ist er erstmal nach Frankreich weitergegangen, weil viele, ähm, ähm, Kongolesen, ähm, sind damals nach Paris gegangen, weil Paris war sozusagen das Mekka. Mhm. Viele, äh, konnten, also wir sprechen ja französisch im Kongo und, äh, klar, dementsprechend waren viele richtig in Brüssel, also entweder Belgien sind viele gegangen oder nach, äh, Paris. Und, äh, genau, da hat er angefangen sein Leben sozusagen aufzubauen, aber es war sehr, sehr schwierig gewesen, weil der war damals 19 Jahre alt gewesen und mit 19 bist du ja richtig Bild noch drauf, du hast ja keine Ahnung von der Welt, kommst da hin, du siehst Frauen, du siehst, ähm, ne, Geld, alles und so weiter. Und, ähm, der hat halt gesehen, okay, die Leute sind crazy hier, die nehmen das Leben nicht so richtig ernst, jeden Tag Partys, jeden Tag Alkohol. Und dann hat er gesagt, okay, komm, ich, äh, geh wieder zurück. Ja, diesmal war es dann Deutschland, weil die Mauer ist dann gefallen. Und der ist dann nach Deutschland gekommen, hat dann, äh, meine Stiefmutter dann kennengelernt. Das wäre dann nach deiner Geburt dann wahrscheinlich, ne? Also der ist wahrscheinlich, oder 89 bist du geboren, ne? Richtig, genau. Der ist dann zwei, drei Monate nach mir, also Januar, äh, bin ich geboren, die ist dann zwei, drei Monate, äh, nach meiner Geburt dann nach, äh, ich weiß nicht, wann die Mauer 1989 gefallen ist. 89, glaube ich. Mai, glaube ich. Juli, Mai oder so. Genau. Und, ähm, von da aus, genau, ähm, hat er mich dann, äh, mit zehn Jahren hat er mich dann nach Deutschland dann geholt, als er schon seine Frau kennengelernt hat. Deine Mutter ist nicht mit, sondern nur dein Vater war da, oder? Richtig, genau. Weil mein, äh, Vater hat, ähm, als er nach Deutschland, äh, oder nach, äh, Europa gekommen ist, hat er meine Mutter dann damals versprochen, hey, ich nehme dich mit. Weil damals konntest du nicht einfach deine Freundin mitnehmen, äh, weil, A, Tickets waren sehr, sehr teuer. Und, äh, B, wie wirst du als 19-Jähriger, ne, 17-Jährige, 16-Jährige da mitnehmen und so weiter. Das funktioniert nicht so. Und dann hat er gesagt, okay, komm, kümmere dich um das Kind. Ähm, ich gehe in Europa, sobald ich Geld gesammelt habe und so weiter, Geld gemacht habe, dann hole ich dich nach. Ähm, leider, das Schicksal hat das, äh, halt so bestimmt, dass mein Vater dann, ähm, ja, sein Versprechen sozusagen gebrochen würde ich jetzt nicht sagen, aber du bist 19, so, so, du kommst hier hin, du siehst das andere Leben, du siehst andere Frauen und so weiter. Im Umständen entsprechend. Dann hat er gesagt, okay, gut, ähm, hat er dann, äh, eine neue Frau kennengelernt, aber, klar, du hast immer noch einen Sohn und zum Glück hat er diese Verantwortung noch gehabt, dass er gesagt hat, hat, gesagt hat, okay, vielleicht, äh, den Jungen nicht im Stich. Hat mich dann nach Deutschland dann. Wenn du sagst, du bist mit zehn, ähm, hierhin gekommen, dann hast du noch wahrscheinlich viele Eindrücke noch aus Kongo damals, ne? Ja, extrem viele noch. Wie war die Zeit damals und wie ist die Zeit heute so? Ähm, also als ich noch ein Junge war, muss ich ehrlicherweise sagen, hab ich jetzt, äh, Armut nicht so erlebt, wie man das heute erleben würde. Also damals als Kind warst du ja nicht arm, du warst einfach nur glücklich zu spielen. Ja. Ich weiß noch, damals, äh, wir hatten so einen Hof gehabt, äh, mit Hühner und so weiter, wo wir dann als Kinder so Hühner gejagt haben, in, 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 so Büschchen gespielt haben, wir hatten ja noch so Sand, ähm, ähm, äh, Boden gehabt und so weiter, wo wir halt so Sachen gebaut haben, so Fantasie einfach mäßig. Guck mal, das macht schon glücklich als Kind, guck mal. Du hast dann, wir hatten dann so, ähm, ach, wir hatten mal diese Frucht, was in Kongo wächst, ähm, ach, wie heißt das nochmal, ähm, 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 es gibt so eine bestimmte Frucht in Kongo. Die nur in Kongo wächst, oder was? Ne, 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 die wächst überall, aber die ist extrem teuer in Deutschland, aber da wächst sie an jedem Baum. Ach, ein Frucht, oder was? Sowas ähnliches, ähm, auf jeden Fall, wir, wir sind dann immer noch Bäume geklettert, haben die Früchte dann so, ne, so mäßig, äh, runtergenommen und so weiter gegessen und so, sehr, sehr glücklich gewesen. Und erst, als ich in Deutschland gekommen bin, hab ich gemerkt, oh, shit, Alter, wir sind arm. Ach, krass. Ja, ja, da hab ich gemerkt, okay, so... Vielleicht auch mit dem Alter so, das kommt ja dann noch parallel dazu. Richtig. Älter wird, aber ja, ja, ich glaub schon, dass man das hier schneller merkt, dass man arm ist als dort. Ja, ja. So, du kommst hierhin, für mich war es natürlich purer Luxus, weil, müsst ihr euch vorstellen, ich bin in Frankfurt, ich glaube Düsseldorf oder Frankfurt. Auf jeden Fall, ähm, Flughafen bin ich dann reingekommen und so weiter, ich bin ja alleine gereist. Ach, krass. Und, äh, mit zehn, bist du alleine gereist? Mit zehn Jahren? Ja, ja, das war so, meine, äh, meine Mutter, ich weiß noch wo... Von Pfleger gesetzt und los. Ja, ja, ich bin aber noch mit meiner Tante, muss ich ehrlicherweise sagen, also meine Tante hat mich damals abgeholt, ähm, aus dem Kongo, mitgenommen. Und, ähm, ich bin dann hierhin, ähm, gekommen und da sagt meine Tante so zu mir, guck mal, ich muss jetzt nach Paris weiterfliegen, steig mal aus, äh, warte mal da irgendwo und so weiter, der Vater will sich schon abholen. Oh, krass. Und ich da mit meiner Tasche und so weiter, angezogen, als ob ich meine Kommunionsfeier gerade hatte und so weiter, so mit Krawatte, Hemd und so weiter, wohin. Und, ähm, ich komm da so an und, ja, ich wusste erstmal nicht wohin und so weiter, ich hab einfach den Leuten so gefolgt und so weiter. Ja, ja. Hab mich dann irgendwo auf eine Bank hingesetzt und hab einfach auf meinen Vater gewartet. Oh, dann guck mal, überleg mal, heutzutage so, du würdest niemals deinen Sohn irgendwo so, warte mal hier, da kommt dich gleich einer abholen. Ja, ja, ja. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, ich hab meinen Vater nie kennengelernt. Du weißt gar nicht, wie der aussieht. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich hab ja keine Fotos damals. Du weißt nicht, wie du aussiehst. Richtig. So. Oh, ja, Mann. Es kann auch sein, dass es vielleicht gar nicht mein Vater ist. Vielleicht hat er gesagt, so, irgendwas, schwarzer Junge. So. Mega. Nee, und ich saß dann auf der Bank und hab dann auf einen Mann gewartet, der mein Vater sein soll. Und dann irgendwann mal hab ich einen schwarzen Mann gesehen, der kam immer näher und näher und näher und dann hab ich gefragt, ja, bist du der Kerrfaller, also mein richtiger Name ist Kerrfaller. Und dann guck ich ihn so an und sag, ja. Er sagt, ja, ich bin der Vater. Komm mit. Aber richtig emotionslos. Also mein Vater war nicht einer so auf Umarmung und hey, ich bin glücklich, dass du hier bist und so weiter. Wie war der Augenblick für dich, wo du deinen Vater das erstmal gesehen hast? Ähm, komisch, weil du hast ja keine emotionale Bindung zu ihm. Ja. Das ist einfach irgendein Typ erstmal für dich, der einfach dein Vater ist und so. Strange, ne? Einfach strange. Du kommst einfach mit und so weiter. Und du musst dir vorstellen, es war ein radikaler Wendepunkt in meinem Leben, weil du kommst aus dem Kongo, der isst sehr viel, also laut. Du hast viele Freunde um dich herum, ähm, du bist zu der Tante gegangen, hast da gegessen, zu der Tante gegangen, hast da gegessen, du hast dich so durchgehasselt und so weiter. Hast immer jedem erzählt, du hast Hunger und so weiter, obwohl du schon mit 30.000 anderen Tanten schon gegessen hast und so. Und dann kommst du halt hier hin und komplett anders. Alle Menschen sind weiß, alles clean, sauber, sehr leise, sehr geblieben, alles und so weiter. Das war schon sehr unheimlich für mich. Und dann steckst du da halt in diesem Auto ein und dann fährst du einfach. Ja, ich kann mich erinnern, ich schau so aus dem Fenster und ich denk mir so, was passiert gerade hier, wo bin ich und so weiter. Dann steig ich aus, komm dann in diese Wohnung dann rein. Dann sagt mein Vater so, ja, das ist deine neue Mutter und du musst ihn Mama nennen. Also mein Vater wollte direkt, dass ich ihn Mama nenne. Es gab nicht dieses, ja, meine Stiefmutter, ich will nicht und so weiter. Und dann, ja, das ist deine Schwester. Was für Schwester? Das war einfach so, meine Schwester war damals glaube ich eineinhalb oder zwei Jahre so. Und dann hatte ich einfach meine Schwester gehabt. Ja, und dann fing mein Leben dann an. Krass, Alter. Also wir haben alle in einem Zimmer geschlafen. Mhm. Ja. Also alle mit Eltern auch in einem Zimmer? Ja, in einem Zimmer, ja. Dann ging das Leben dann an. Da hab ich gemerkt so, okay, man ging dann zur Schule, man hat dann die anderen Kinder zu Hause besucht und so weiter, so der Tobias mit einem riesen Haus und so weiter. So Zimmer, so groß wie eure ganze Wohnung. Ja, ja. Scheiße. Und dann hast du erst gemerkt so, oh shit. Wir sind immer noch arm. Wir sind immer. Ich dachte, ich komme vom Kongo, komme ich nach Deutschland, ich bin jetzt reich. Ja. Okay, es gibt noch ein anderes Level von reich sein. Das war für mich als Afrikaner oder als Kongolese, weil damals reich sein war, hey, du kannst in die Küche gehen. Und du hast Essen wahrscheinlich. Du hast Essen und du kannst auch sagen, was du möchtest. Du kannst deiner Mama sagen, hey, ich hab Hunger, ich möchte was trinken. Und du konntest so viel essen, wie du möchtest und so. Das war für mich schon so, okay, ich bin maximal reich und so weiter. Dann siehst du, okay, es gibt noch ein anderes Level von reich. Das war einfach so ein Palast. Ja, man. Boah, Bruder, ich kenne das. Wir haben auch so in einer Dreizimmerwohnung gelebt. Meine Eltern hatten ein Schlafzimmer und ich war mit meinen zwei Geschwistern in einem Zimmer. Etagenbett und der andere hat auf Couch gepennt worden. Ja, man. Und das ist auch so ein Zimmer, vielleicht ein bisschen größer als das Studio gewesen. Weißt du? Und wir hatten so einen kleinen Fernseher in der Ecke. Fernbedienung ging nicht. Ja. Wenn einer Kanal wechseln musste, Bruder, was meinst du, wer runter geht? Ich bin der Jüngste. Oben, Etagenbett, wechsel mal Kanal. Runter vom Bett gestiegen, Kanal gewechselt, gewartet. Wenn Werbung kommt, musst du so am Fernseher chillen und so. Scheiße. Also dieses Engel kenne ich auch, Bruder. Ich bin noch in der Zeit aufgeweißen, wo du sogar noch diese Funkdinge hast. Wo du musst immer so gucken. Wow, Bruder. Die Antenne. Ja, man. Da musstest du gucken auf das Bild. So rüber redet die gerade. So ein Bild. Komm, komm, komm. Ich schwöre. Ich schwöre. Diese Zeit. Boah, Bruder. Anders. Diese Zeit. Anders. Im Kongo, wie war da so ein Vergleich? Hattet ihr mehr Platz oder weniger? Vom Haus und so her? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, auf jeden Fall mehr Platz. Aber es wäre jetzt nicht so, also ich kann nur von meiner Zeit reden. Es war ein Haus, aber es war ein Raum, also maximal zwei Räume. Aber ein sehr großer Raum. Das bedeutet, dein Onkel hat da in der Ecke geschlafen, deine Tante da. Die Küche war da in der Ecke. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass du eh warm bist und du eh viel draußen bist. Du bist ja wahrscheinlich nicht viel drin. Richtig. Das ist nochmal so, das unterschätzt man glaube ich. Wenn du zum Beispiel in einem warmen Land bist, Alter, du bist ja nicht viel zu Hause, Bruder. Was machst du zu Hause? Du schläfst zu Hause. Ja. Du bist viel unterwegs draußen, Bruder. Und hier in Deutschland ist wirklich deine Wohnung schon was wert, weil du bist viel in der Wohnung. Richtig. Ja, ja. Deswegen ist so hier eine Wohnung, wenn eine Wohnung klein ist, fühlt sich direkt schon so eingeengt. Also ich war auch sehr oft unterwegs. Als kleiner Junge, meine Mutter hat mir das auch dann erzählt. Ich war immer unterwegs, also ihr müsst euch vorstellen, ich komme aus Njili in Kongo. Das ist so in der Nähe vom Flughafen. Und das war so ein Dorf und es gab dann also mehrere Spots und so weiter. Und als kleiner Junge, ich kannte mich in- und auswendig. Ich bin da links, rechts gegangen, da die Kirche hin und so. Und es war halt eine sehr schöne Kindheit, weil du hast diese Freiheit einfach gehabt. Ja. Du konntest hinlaufen, du kanntest jeden mit Namen, jeder kannte meinen Namen und so weiter. Das ist schon geil. Also schon ein sehr, sehr, sehr schönes Leben gehabt, muss ich sagen. Auch wenn man wusste, also wie gesagt, heute, wenn ich mich selbst sehen würde, ich würde wahrscheinlich sagen, boah, das ist Slum so richtig so, weil es war, du hast mit schmutzigen Klamotten ein bisschen rumgelaufen und so weiter. Aber damals war es so voll normal. Normal, weil jeder war so. Jeder hat gestruggelt. Ja, ja. So jeder zweite Vater war alkoholkrank. So verstehst du, jeder wurde geschlagen, also wir wurden ja richtig vermöbelt. Ja. So, wenn wir Scheiße gebaut haben, wir wurden, ich glaube, heute würde man sehen, wie wir geschlagen wurden, sind damals, würde es wahrscheinlich... Von wem dann bei dir, weil dein Vater war ja nicht da. Onkel, Tante, die haben ja alle das Erlobnis gehabt. Ja. Meine Mutter hat gesagt, wenn er Scheiße baut, schlagen den, egal wer. So. Stark, Alter. Und der Onkel konnte mich schlagen, als ob das mein eigener Vater wäre. Ja, krass. Das ist normal bei uns gewesen. Aber bei uns war es auch so ähnlich. So. Mit Schlangen, ja, auf jeden Fall. Also, wenn du draußen Scheiße gebaut hast... Ich hab das Gefühl, jetzt erst ist Schlangen nicht mehr okay. So. Bei uns war das auch noch voll okay, Bruder. Ja, ja, genau. Jetzt auf einmal nicht mehr. So, wenn du draußen Scheiße gebaut hast... Bruder, warum dürfen wir dich auch schlagen, kennst du? Ja, lass mal verprügeln. Bei mir, bei mir schlagen... Ich weiß nicht, was mein Vater damals geguckt hat, für welche... Was für Filme er sich da angeschaut hat. Wahrscheinlich von... Van Damme wahrscheinlich. Nee, ich glaube eher von der amerikanischen Guantanamo hat er sich da ein paar Sachen probiert. Der Doku so guckt. Der Doku so guckt. Der Doku so guckt und denkt, oha, das funktioniert doch bestimmt mal so. Hey, ich schwöre es dir. Ich weiß noch, damals, ich hab richtig Scheiße gebaut. In der Schule hab ich irgendjemanden geschlagen oder irgendwas war da auf jeden Fall. Die Kacke war richtig am Dampfen. Mein Vater hat gesagt, okay, komm, ich setze das ein, was ich da gesehen habe in diesen Dokus. Folter. Der hat gesagt, zieh dich komplett aus. Aber Unterhose darfst du... Elexoschock. So, so. So Unterhose darfst du noch behalten. So, so sehr will ich dich nicht erniedrigen. Ich saß da mit Unterhose und musste auf die Knien gehen. Der hat mir so einen Kasten gegeben. Ich weiß nicht, ob das ein Kasten Bier war oder irgendwas. Und ich durfte mich zwei Stunden lang nicht bewegen. Wow, Alter. Und diese Kasten musste ich schweißen. Der hat wirklich irgendwelche Folter für mich. Ich schwöre. Und das war... Bruder, bei mir war so eher so, mein Vater hat mich noch nie geschlagen. Bei mir war es eher so meine Mutter oder meine Geschwister. Ja. Das war so bei mir so. Dann hab ich immer Prügel von denen bekommen. Ich find eh stärker, Bruder, wenn Vater nicht haut. Ja, weil wenn Vater haut, dann gibt's kein... Danach gibt's nichts mehr. Danach kommt nichts mehr. Ja, das letzte Instanz. Was soll noch Schlimmeres passieren? Ja, deswegen... Da muss eigentlich schon so eine Sache noch sein, die so bleibt. Dieses... Ey, wenn ich das mache, dann krieg ich sogar noch Schläge von meinem Vater. Ja, ja. So bei mir war auch so eine Mutter. Aber Mutter war auch schon hart, Alter. Also die hat schon keine Gnade gehabt, Alter. Du warst so Sandsack. Ich denk mir wirklich, Bruder, so... Wenn ich das heutzutage machen würde... Mein Kind würde, glaub ich, direkt zum Ordnungsamt laufen. So, kennen Sie? Das ist mein Vater. Boah, Bruder, weißt du, was mir immer passiert ist? Ich glaub, das hab ich dir mal erzählt. Damals... Ich war acht Jahre alt, wo ich das erste Mal Blatt in Blatt Out geguckt hab. Nach das Locus, dem Film, ne? Und die haben sich ja so VL Placaso tätowiert. Mein Bruder kam gerade... Mein älster Bruder kam gerade aus Türkei. Und die haben sich so mit Streichholz... Sein... Der heißt Thailand... Tee hier reingeritzt. Mit Streichholz. Sodass das eine Kruste wurde, ne? Und ich bin acht Jahre alt, Bruder. Und ich sag, ey, AB, mach mir mal hier VL mit Streichholz. Und der denkt sich, ja, okay, komm. Der macht so... Und ich so, auch keine Schmerzen gehabt. Ich so, boah, geil und so, ne? Und wir gehen schwimmen. Ich war vierte Klasse oder so, ne? Meine Lehrerin sieht das. Was ist passiert? Und ich merk schon an dem, was ist passiert. Okay, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. So. Und ich so, in Panik. Ich bin hingefallen. Und die denkt sich... Der sagt aus Angst, der ist hingefallen, obwohl er zu Hause Schnee gekriegt. Der wird gefallen. So. Guck mal, wie dumm. Und dann mussten meine Mutter und mein Bruder... Ich hab denen das dann so erklärt irgendwann, wo ich dann unter Druck gesetzt wurde. Mussten meine Mutter und mein Bruder zur Schule kommen und das auch nochmal erklären. Die waren kurz davor, wirklich Jugend ab einzuschalten, weil die gedacht haben, ich werde zu Hause gefoltert. Obwohl ich das selber wollte, dieses VL mit Streichholz hier reinritzen, Bruder. Boah. Ich schwöre... Ich weiß noch einmal, ne? Ähm... Ich bin einmal durch Fensterscheibe durchgeflogen. Bruder, wie? Wie, Bruder? So. Nein, wir kamen auf... Guck mal, ich hatte mal einen sehr guten Freund, der hieß Sebastian. Ich komme so von hingefallen auf durch Fensterscheibe. So. Der... Also, wir hatten so einen riesen Garten gehabt. Und es gibt manche so Gartenhäuser, die haben so ein Fenster, das geht bis zum Boden. Ja, ja. Und wir kamen auf die Idee, mit einem Tennisball, mit einem Medizinball Fußball zu spielen. Tschüss, Bruder, der wiegt auch noch was. Ja, Mann. Und ich war damals, lass mich nicht lügen, zwölf, dreizehn und so weiter. Ich war auch richtig dünn gewesen. Und, ähm, dieses Fenster, was sie da hatten, das war noch nicht richtig gefestigt. Das war so, die haben das neu gemacht und so weiter, aber, ne? So mäßig. Auf jeden Fall, der hat so geschossen und ich dachte, ich bin neuer. Ich wollte so halten. Medizinball kommt, ich mit Medizinball, wir knall gegen das Fenster und Fenster geht mit runter und ich mit dabei. Wie hart hat der geschossen zu Barser, Alter? Oder Medizinball auch noch. Der hält auf einmal, fliegt noch durch. Ich flieg durch. Also, was heißt durch so? Fenster fliegt mit mir so auf den Boden. Aber das ist so maximal gefährlich, ich muss aufgeschlitzt haben bestimmt. Bro, ich dachte, ich stehe so auf. Ich dachte, es hat nichts passiert, so. Ich lauf so weit, ich sehe so, mein Kollege guckt mich an, geschockt. Was ist los? Und ich merke so. Überall Glas. Ich merke so, es wird mir so nass. Überall wird es so nass. Boah, Bruder. Was ist das? Und so weiter. Und ich schmecke so, tropft hier und so. Boah. Und ich guck da so, hier war einfach ein Glas. Boah. So hier drinnen und hier. Boah, Bruder. Boah. Und der guckt mich so an. Der dachte so, der Junge, was ist los mit dem? So wie Terminator. Der steht aber wieder auf, als wäre nichts. Auf jeden Fall so Krankenwagen angerufen, den ganzen Film und so weiter. Ins Krankenhaus gefahren, genäht und so weiter. Und ich wusste, wenn ich nach Hause komme, mein Vater wird mich zerstören. Boah. Weil mein Kollege, ich weiß so, beim Kollegen, wenn ein Unfall passiert, die Mütter kommen und sagen, hey mein Schatz, ist alles in Ordnung und so weiter? Was ist passiert? Und so. Verstehst du? So zwei Wochen, du wirst behandelt und so weiter. Die Mutter gibt den Kuss. Und ich komme bei meinem Vater an. Mein Vater sieht so, hier verbannt, hier verbannt. Er sagt so, ja, was passiert? Also ja, Fensterscheibe hier und da. Mein Vater sagt, guck mal, wenn ich diesen Fensterscheibe bezahlen muss und so weiter. Und dann toteschläge. Dann bist du tot. Also mitverstanden. Dann nochmal verbannt, da und da. Also nichts von, ja, hier, geht es dir gut und so weiter. Es war... Das ist schon hart, Bruder. Dann war dein Vater aber schon ein sehr harter Typ. Ja, schon. Also der war halt aber so aufgewachsen. Sein Vater war auch eiskalt und so weiter. Auch keine so Liebe und so weiter. So Umarmung und so weiter. Kennen sie nicht schon, ne? Ja, ja. Dieses harte Hand und so weiter. Eiskalt, krass. Ja, ne? Also ich muss sagen, ich glaube, bei mir zum Beispiel war es so, dass mein Vaters Vater so war wie dein Vater. Hm. Und mein Vater, der war der jüngste in der Familie und die hatte also so elf Geschwister oder so. Oha. Und der ist auch so immer so mit Liebe behandelt worden. Hm. Weil, Bro, wenn du dein elftes Kind hast, dann bist du schon wie so ein Opa für den, so weißt du, du bist schon älter. Ja, ja. Das heißt, der hat auch schon Liebe und so bekommen, auch wenn er viel auseinandergenommen wurde. Aber trotzdem war der der Jüngste und diese Liebe konnte der, glaube ich, dann auch weitergehen, weil mein Vater war nie so, so hart. Der war schon so eher süß unterwegs. Und, ähm. Aber dein Vater war schon von der alten Schule. Ja, richtig. Das ist alte Schule. Ja, ja. Der wäre, Nordkorea-Schwester wäre super klar gekommen. So, da kommst du. Ich bin ja richtig. Er wäre Chief General gewesen. Ich schwöre es dir, aber richtig, richtig. Ja, okay. Also, du bist dann nach Deutschland, ersten Freunde kennengelernt und so weiter. Gibt es noch irgendwas so von der Kongo-Zeit, wo du sagst, das ist dir krass in Erinnerung geblieben? Ja. Als ich mal zur Schule gegangen bin, haben wir so eine Leiche gesehen. Was? Eine Leiche, lag auf dem Boden. Einfach so. Ja, ja. Weil, wer soll dich abholen? Wenn du da liegst, liegst du halt. Keiner nimmt dich mit. Einfach so. Wer denn? Das ist ja maximal ein Ghetto. Welche Stadt ist das gewesen? Das ist in Jili. Also, ich bin in der Hauptstadt Kinshasa geboren. Das ist die Hauptstadt von Kongo. Und in Kinshasa gibt es halt so wie Düsseldorf, Berendorf und so weiter. Berendorf? Weißt du? Stadtteile. Genau, genau. Und da bin ich, in Jili bin ich geboren und du musst dir vorstellen, wenn jemand jetzt, sag ich mal, drogensüchtig war oder auf der Straße gelebt hat und er fällt da um, gibst du jetzt nicht hier, wie in Deutschland, du rufst dann die Polizei, Krankenwagen. Ja, Mann, ja, Mann. Du kriegst jetzt mal so vielleicht zwei, drei Tage, vier Tage, bis mal der Polizist vorbeifährt. Bis die Geier kommen unter dem Sonar. Ja, das kann auch sein. Bis das kann auch sein. Und ich weiß noch, damals, ich bin so mit meinem Rucksack, sind wir so zur Schule gegangen. Damals sechs, sieben Jahre alt. Und sind immer so vorbeigelaufen in dieser Leiche. Und ich kann mich erinnern, wir haben so gelacht und so weiter und haben so Spaß gemacht. Und dann habe ich einen Stock genommen. Und dann bin ich da hingegangen und habe immer so angetippt und so weiter. Was war das für ein älterer Mann oder was? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das ich jung oder alter war. Aber ich müsste lügen. Ich denke mir, hat der keine Bekannte oder waren das so irgendwelche Junkies oder was war das? Nee, es kann, also ich weiß nicht, was genau mit diesem Typen war. Es kann aber alles möglich sein. Es kann sein, der hat keine Familie mehr gehabt. Auf der Straße sind ja viele, die haben keine Familie. Es kann aber auch sein, dass er einen Unfall hatte, Herzinfarkt, der liegt einfach da. Du hast ja keinen Ausweis oder du hast ja damals kein Handy gehabt. Du hast ja nichts. Du weißt nicht, wem gehört der an. Richtig. Niemand kriegt das mit. Richtig. Es kann sein, dass die Familie vielleicht 200 Meter weiter lebt und so weiter. Die merken das nicht so. Kann aus sein. Obwohl man sich eigentlich kannte so im Dorf, aber trotzdem... Ja. Ja. Kann alles möglich sein. Ja, ja, wir haben so ein bisschen... Also ich habe so gepikst und so weiter und dann paar Tage später wieder gepikst und dann, ich glaube, nach fünf oder sechsten Tagen war der auch dann weg. Ich glaube, da wurde dann wahrscheinlich gefunden, abgeholt, was auch immer. Dieser Geruch von Leiche ist schon ekelhaft, ja. Hat das sehr gestunken? Weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber wahrscheinlich... Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht haben wir es auch daran gewöhnt, weil das war nicht die erste Leiche, die ich gesehen habe. Damals auch Bürgerkrieg und so weiter, Hunger, Krankheit und so weiter. Es gab ja alles. Experimente auch und so weiter, wo die Leute irgendwelche Medizin von Europäern bekommen haben und so weiter, weil ja auch viele im Dorf sind gestorben, viele Kinder, schwangere Kinder und so weiter. Es gibt ja diesen Fall von, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von diesem Babypulver. Nö. Doch, das hat Welli, glaube ich, mal erzählt. Aber erzähl mal weiter. Er wollte ja maximal Profit machen und hat diese Propaganda oder diese Werbung gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wir fahren mal in den afrikanischen Ländern und sagen den Müttern, guck mal, die Brust zu geben ist sehr ungesund. Und hier, wir haben das beste Produkt, diesen Pulver. Gibt euch den Kindern diesen Pulver. Da habt ihr weniger Stress. Eure Brüste bleiben schön und so weiter. Und da sind viel mehr Vitamine drin als die Muttermilch. und die Muttermilch ist das Beste, was du dem Kind geben kannst. Und das Problem war aber, dass man bei vielen Pulver verschmutzt ist, weil die Standards waren ja damals anders als heute und so weiter. Welche chemischen Zusammensetzungen. Welche chemischen Zusammensetzungen und so weiter. Und sehr, sehr, sehr viele, die ihren Kindern das gegeben haben und so weiter. Viele Kinder sind damals gestorben, also du kannst das auch googeln und so weiter. Krass. Die haben das da quasi so Experiment damit gemacht. Ja, ja, ich glaube, ich habe mal ein Video darüber gesehen, ja. Also nicht Experiment, ich glaube eher einfach Profit, weil so eine Produktion, das hat vielleicht in der Produktion vielleicht, was weiß ich, 1 Euro gekostet. Genau. Und du hast dann das dann, was weiß ich, für 5 Dollar, 6 Dollar gekauft und so weiter. Also, ne. Ich habe auch gesehen, okay, in Afrika ist die Geburtenrate sehr hoch. Richtig. Da können wir maximal Geld rausholen. Richtig. Ich schicke das Zeug nach Afrika wahrscheinlich nicht. Richtig. Ich meine, entweder auf YouTube oder von Valley habe ich sowas mal gesehen. Ja. Und es gibt ja auch, es gab auch viele Hilfeorganisationen, die das eingekauft haben. Das haben sie auch natürlich sehr viel Profit gemacht. Es ist natürlich, es gab Mütter, die konnten halt keine Milch produzieren und so weiter. Gibt es auch. Aber das, was sie gemacht haben, war schon heftig. Oder *** ist so ein Unternehmen, Alter. Das gehört eigentlich sowas von zugemacht und dann alle ins Gefängnis normalerweise. Das ist so hart. Ja, die haben schon, ich weiß, ich weiß, damals noch, als ich so 6, 7 Jahre alt war, ich, jedes Haushalt hatte diese *** über sich gehabt. Boah. Jedes Haushalt. Ja, und die Leute kannten sich natürlich nicht so gut aus. Milch verdammene Milch, machst du das rein und so weiter. Ja, Mann. Und damals hatten die Leute keine Bildung. Und die waren auch froh, dass sie irgendwas hatten, was sie geben konnten dem Kind wahrscheinlich. Richtig. Das würde doch damit zusammenhängen. Richtig. Ich meine, das macht doch satt, ne? Also dieses Pulver war, das war ja noch mehr, also das war ja richtig sättigend. Du hast das Kind gegeben, das Kind war den ganzen Tag nichts mehr. Ja, 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 ja. Boah, Junge. Ich hab mich grad maximal verschluckt. Wir haben mal gesehen, Bruder, Alter. Ich hab grad so... Boah. Gleich Mund-zu-Mund beatmen. Wir haben so geteilt sowieso, wir sehen nichts mehr. Der ist fast am sterben da. Was hast du verschluckt? Eine Nuss, oder was? Nee, wo du einfach kennst, wenn ich spucke. Boah, ja, Mann. Die sind so aus dem Nichts. Einmal so verschlucken. Boah. Ey. Aber Kongo ist schon eines der ärmsten Afrikanischen Länder auch, ne? Also mit so das, was ich so mitbekommen hab. Kongo ist schon ein hartes Pflaster, Alter. Ich glaub, es gibt noch krassere Länder, die noch ärmer sind. Aber so Top Ten? Also ganze Welt oder Afrika? Afrika. Was ist denn Armut? Das ist erstmal die Frage. Ja, ich würd sagen, so schlechte Infrastruktur. Auf jeden Fall besser als manche Länder auf jeden Fall, definitiv. Kongo ist nicht so, wie ihr denkt, so wirklich schlimm, 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 schlimm. Also in Kongo, ich war 2019 da gewesen, ich hab für einen Cocktail 12 Dollar bezahlt. Auf Rooftop, Diesel und so weiter. Wow, 12 Dollar ist schon hart. G-Klasse, G-Klasse fährt vorbei, Mercedes und so weiter, Lamborghini und so weiter. Also schon, da leben auch reiche Leute, Millionäre. Gibt es da noch so die Mittelschicht oder nur reich oder arm? Nur reich und arm. Nur reich und arm. Das funktioniert dann nicht. Also entweder du hast Geld und 12 Dollar juckt dich nicht, oder du gehst ganz runter auf diese 1 Euro, 2 Euro Basis und so weiter. Also als ich zum ersten Mal meine Mutter dann nach 20 Jahren wieder gesehen habe, also ich müsste es vorstellen, als ich zurück nach Afrika gegangen bin, ich wusste gar nicht, dass meine Mutter so arm lebt. Also ich dürfte ja mit meiner Mutter wegen Familie, Problemen und so weiter, dürfte ich mit meiner Mutter 20 Jahre keinen Kontakt haben. Und 2019 war so das erste Mal, wo ich dann mit meinen Büchern angefangen habe, richtig Geld zu verdienen. Und da dachte ich mir, okay, bevor ich jetzt in die Malediven fliege oder so, gucke ich mal, wo ich herkomme, meine Wurzeln kennenlernen. 2019 dann runtergegangen. Und ich wusste nur, okay, meine Mutter ist jetzt nicht die Reiche, aber ich wusste jetzt nicht, dass es so krass ist. Und ich kann mich erinnern, mein Bruder... Weil du kennst es ja auch nur von 10 Jahre alt, von da kennst du es ja auch. Und damals hast du noch positive Erinnerungen. Du dachtest, ja, ich bin halt in einem Dorf aufgewachsen. Ich meine, wir hatten ein Haus, also so schlimm kann es ja nicht gewesen. Also was heißt Haus, so Gebäude mit Fläche und so weiter. Jedenfalls, ich komme da so an, maximal warm, so die Hitze. Ich komme rein, also ich komme raus und so weiter. Mein Bruder holt mich ab. Erstmal, wir sind in diesem Parkplatz und so. Der erste Polizist kommt und sagt, ihr müsst mir Geld geben, sonst kommt ihr nicht raus. Boah. Direkt. Das ist das Erste, was du siehst. Direkt so 10 Dollar bezahlt und wir sind dann rausgefahren. Und ich bin ja, und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon sagen soll, bevor wir zu Büchern kommen. Welche meinst du? Was ich da, also als ich angefangen habe, Geld zu verdienen mit Büchern, meine Gedanken. Also ich war ja, ich bin aus einem sehr armen Verhältnis aufgewachsen. Können wir vielleicht schon gleich so überleiten, wenn du möchtest. Also jetzt schon. Genau, und ich bin in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen und wenn du dann halt irgendwann mal anfängst, richtig viel Geld zu verdienen mit Büchern, und wir reden hier von 10.000 bis 15.000 Euro im Monat, dann entweder du hast ein starkes Mindset oder du hast eine gewisse finanzielle Bildung, dann weißt du, was du mit diesem Geld anfangen hast. Ansonsten der hier und so. Ansonsten der hier, das Graut. Ich dachte, ich bin jetzt Ascher. Purple Rain. Ich dachte, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich brauche nie wieder zu arbeiten. Und was habe ich gemacht? Ausgegeben das Graut. Ausgegeben, ich bin Business Class nach Kongo geflogen. Wow. Ich habe mich vom Sterne Hotel geholt in Kinshasa und so weiter. Da, wo die ganzen Superstars aus Kongo aussteigen und so weiter. Da habe ich mir ein Zimmer geholt. Kostete damals knapp 250 Dollar pro Nacht. Was heute wahrscheinlich bei 400 Euro liegt. Sieben Tage natürlich. Und du gehst da hin, du denkst, du bist der Mann, du bist der Präsident und so weiter. Und damals, ich bin sehr, 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 sehr Gott dankbar, dass ich diese Reise gemacht habe und das nicht verschoben habe und so weiter. Aber diese Reise hat mich so auf den Boden geknallt. Diese Fliege, diese kleine, hässliche. Kommt genau. Ich sehe schon so, ich so, Bruder, verpiss dich jetzt, ha? Kennst du? Als ob du keinen anderen Platz hast. Ich bin unbedingt gemumpft. Die so im Wasser, die fliegt jetzt. Egal, Eiweiß, Bruder. Auf diese. Du bist so sauf wie keine. Alter. Das hast du gesagt, Bruder. Aber ich kann mir vorstellen, Bruder, weil ich habe auch in meinem Leben eine Phase gehabt, wo ich viel Geld gemacht habe. Und das ist, glaube ich, schon sehr geil, wenn du dann nochmal so merkst, ey, Bruder, chill. Am Ende des Tages, guck mal hier. So wie so ein Rausch, Bruder, weil es so viel Kohle aussieht. Müsst du es vorstellen? Das ist gut, wenn es irgendwas gibt, was dich wieder auf dem Boden nimmt. Ja, das war crazy gewesen, was ich da... Also, du müsstest es vorstellen, ich gehe so zu Ikea und ich dachte so, ja, ich kaufe mal ein paar Sachen für meine... Und was mache ich? Ich gebe 7000 Euro aus. Boah, aus einem Regalbettung. Aus einem Regalbettung. Weil ich einfach spontan gesagt habe, ja, ich hole mir einfach so eine Couch komplett aus Leder, so. Ja, das ist auch noch geil, nehme ich auch noch mit. Ja, ich bin ein Star, warum soll ich das selber tragen und so weiter. Nimm diese Maniac-Saison, das will mich machen und so weiter. So auf den, so. Dann, Lieferung gemacht, warum soll ich aufbauen? Ich bin ein Star, ich brauche hier nicht aufgebaut. Ja, Mann. So, auch nur das abgeholt und so weiter. Also, maximal alles genutzt, was ich nutzen konnte. Jedenfalls, ich bin dann in diesem Hotel und so weiter. Und mein Bruder hat sofort natürlich die Chance genutzt, hat dann bei mir auch da gepennt, gegessen und so weiter. Und da kam der Tag, wo ich an meine Mutter sehen sollte, mit dem Taxi. Dann hingefahren. Und ich kann mich erinnern, so, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Und aus dieser, aus dieser Gegend, wo ich rausfahre, ist ja alles komplett Luxus. Wir leben ja nur die reichen Leute und so weiter. Und wir fahren immer weiter, immer weiter. Und ich sehe schon die ersten brennenden Reifen und so weiter, rechts und links. Ich sehe so Müllberge plötzlich. Einer klettert hoch und so weiter, schaufelt das weg und so. Wir halten an. So Kinder kommen und so weiter. Ja, wollen Sie das kaufen? Und kauft das, kauft das? Ich denke so, oh shit. So wie im Film. Wir fahren, wir fahren. Es wird immer lauter. Mütter mit ihren Sachen auf den Köpfen, die da Sachen verkaufen und so weiter. Wir fahren, wir fahren, wir fahren. Und ich merke, es wird immer schmutziger. Die Straßen werden immer chaotischer. Schlaglöcher ohne Ende. Wir fahren dann in so eine Gasse rein. Und ich sehe so Kinder schmutzige Kleidung, zerrissene Jeans und so weiter. Mütter haben mit ihren Kindern so einen Arm so vergehen und so weiter. Müll bis zu geht nicht mehr. Also Plastikflaschen ist da. Also der Boden ist voll mit Plastikflaschen. Voll. Coca-Cola, Fanta und so weiter. Also zu Coca-Cola muss ich auch noch später was sagen. Jedenfalls, wir fahren rein und so weiter und ich denke mir so, shit, was passiert gerade hier? Und wir steigen aus. Und dann sagt mein Bruder so, ja, Mama wohnt hier. Links. So wie hier, müsst ihr euch vorstellen. Mh. Mh. Also besser gesagt, Haus gewesen. Auch wie damals. Original so. Blech da drüber und so weiter. Und wir hatten nur eine Toilette und diese Toilette. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist dieser Hof. Plumpsklo draußen wahrscheinlich. Genau. Das ist ein Haus. Familie A, Familie B, Haus und Haus und Haus. Und in der Mitte ist dieses Plumpsklo und das ist für alle. Boah krass. Nur das ist nicht Plumpsklo von wegen so, du siehst rein und kannst spüren und so weiter. Loch begraben. Das ist einfach ein Loch. Ich weiß, ich kenne das aus Dorf aus Türkei. Das ist. Ich gehe so rein. Natürlich sehe ich so meine Mutter. Die fängt an zu weinen. Ist froh mich zu sehen. Und ich kann mich erinnern, ich war so unter Schock. A. Ich wusste nicht, dass meine Mutter so arm hier lebt. B. Ich lebe in einem Fünf-Sterne-Hotel. Du denkst dir so, was bin ich für ein Bastard? Ich schwöre es dir. Ja, Mann. C. Einfach dieses Ganze, okay, was passiert gerade hier? Und ich kann mich, ich habe ein Video darüber gedreht und so weiter. Und ich kann mich erinnern. Ich umame meine Mutter und ich bin selig gar nicht da. Meine Mutter am Weinen und gucke mich an. Ich gucke meine Mutter und dieses verkrampfte Lächeln und so weiter. Dass ich sie einfach habe. Aber ich war komplett gar nicht da. Du hast im Moment wahrscheinlich noch nicht verarbeitet. Nee, gar nicht. Gar nicht. Und ich war einfach so panisch berührt auch. Ich habe mich einfach geschämt. Ich sitze da neben meiner Mutter, die natürlich so, ja, ich bin froh. Wurde ich 20 Jahre nicht gesehen. Du bist so ein großer Mann geworden und bla 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 und hier und so weiter. Ja, das ist deine Geschwister. So, ich war schon voll überlastet. Und dann tauchen sie so fünf, so kleine Käft nochmal so auf. Ja, aber fünf Geschwister hast du da schon, die dann da groß geworden sind langsam schon. Genau. Ja, Bruder A, Bruder B, Schwester A, Schwester so und so weiter, ne. Ich sitze dann da und meine Mutter hat dann für uns gekocht. Und ihr müsst euch vorstellen, die hat Tisch und Teller und Gabel vom Nachbar ausgegeben. Hat da so Essen für mich gezaubert und so weiter. Und wir sitzen da so auf diesem Plastikstuhl, Plastiktisch und so weiter. Und ich war so beschämt. Ich sitze da so und denke die ganze Zeit nur nach. So eine Scheiße, Scheiße, Scheiße. Alter, hier lebt sie. Ich guck mich so um. Ich seh so, original wie hier, so Tüffe liegen da auf der Ecke. Matratze da. Da ist die Couch. Und die erzählt mir so, die ganze Zeit erzählt mir so Geschichten. Ich nehm das gar nicht wahr. Weil du guckst noch so den Raum an und so. Ja, man. Ich konnte das nicht glauben. Aber das war dieselbe Wohnung, wo du oft wachst? Nein, nein, nein. Die, also da hab ich auch besucht, da wo ich geboren bin, hab ich auch besucht. Aber die hatten so mäßig so deren Dorf und die hat irgendwo in anderen. War das dann noch schlimmer, diese Gegend, wo sie jetzt gewohnt hat? Oder als deine Kinder? Oder gleich? Also, so vom schlimmen Level und so weiter, schon gleich auf jeden Fall. Okay, krass. Dann hattest du das einfach nur nicht mehr so im Kopf, dass es so war. Richtig, ganz genau so. Das war wirklich so wie Peter Pan, so mäßig so. Du kommst rein, Fantasie ist weg und so was. Du siehst die Realität und denkst, okay, was ist das und so. Und ich kann mich erinnern, wo ich dann, wo alles fertig war und ich wieder zum Hotel zurückgefahren bin und so weiter. Ich komm so Hotelzimmer, ich sag so meinem Bruder, ich brauch so immer so 10 Minuten. Geh unten hier, nimm 10 Dollar, geh bar, so. War das dein Bruder, der da noch gelebt hat oder? Genau, der noch da gelebt hat. Nimm was zu trinken und so weiter, hier und so weiter, runtergegangen. Ich schließe so zu und zu. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe so geweint. Aus mir sind so die Tränen geflossen und so weiter. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so heftig geweint. Hast du es noch so unterdrückt, weil du vor deinem Bruder stehen wolltest? Ja, ja. Ich wollte jetzt nicht vor meinem Bruder so einknicken und so weiter. Ich dachte, ich brauche diesen Moment jetzt für mich, um einfach so alles rauszulassen. Geweint, geweint, geweint und ich kann mich erinnern, er sagte zu meinem Bruder, als er dann wieder zurückgekommen ist, er sieht so rote Augen aus, was ist los? Irgendwie jemand ist gestorben. Ich habe zu meinem Bruder gesagt, guck mal, hör mal zu auf, in diesem Hotel werden wir nicht mehr bleiben. Wir packen unsere Sachen, morgen sind wir weg. Weil ich kann nicht hier 250 Dollar und meine Mutter bezahlt für dieses Haus 70 Dollar im Monat. Das krasseste Geld doch so. Das, was du ein paar Tage zahlst seit dem Jahr. Verstehst du, was ich meine? 70 Dollar im Monat und deren, also der Vater oder sein Mann arbeitet auf so einem Feld und so weiter und kriegt 150 Dollar im Monat. Du musst damit die Miete bezahlen, Essen bezahlen, die Schule der Kinder bezahlen und so weiter. Und ich kleinen Bastard, Alter, miete mir ein Hotel für 250 Dollar am Tag. Das sind aber Überlebenskünstler, Bruder, ja. Verstehst du, was ich meine? Und da zählt noch gar nicht Essen mäßig und so weiter. Du musst ja auch da nochmal extra bezahlen. Schuhe, Klamotten für Kinder. Schuhe, Klamotten und so weiter. Verstehst du. Oder das, was ich bezahlte mit dem Hotel, kommt ja auch noch dazu. Die sind ja nicht schon 250 Dollar kalt. Du bezahlst ja noch viele andere Sachen. Die sind am Tag vielleicht 300, 400 Dollar. So. Ich hab gesagt, hey, das geht nicht. Ich kann hier nicht bleiben. Weggegangen. Anderes Hotel. Ich kann mich erinnern, ich schon mit meinem Koffer, wir fahren zum nächsten Hotel, zum nächsten Hotel. Mein Bruder, ich sag so zu meinem Bruder, guck mal, wir müssen uns ein Hotel aussuchen, der sehr, sehr, sehr günstig ist, wo ich mich nicht schämen soll. Das war mein Bruder. Und er so, okay, kein Problem. Ich bin jetzt schon ein Hotel, das günstig ist. Ich bin jetzt einfach in so ein Ghetto-Hotel und so weiter. Ich komm so rein und so weiter. Ey, sagst du mal, Bruder. Ich schwelle, Rattenloch. Was machst du hier? Die Rattenloch. Ich sag so aus und so weiter. Der Typ ist überhaupt verwundert, dass jemand kommt und so weiter. Der ist überrascht. Der holt so seine Tante vom Zimmer raus. Er sagt, hey, geh mal raus. Wir haben Gast. Wir haben Gast. So. Ich komm so rein, ich seh so halbe Fenster kaputt. Und so komisch ist das. Hast du gestunken und so weiter. Ich hab gesagt, ey, guck mal. Chill so. Ich hab gesagt, nicht so. Aber ey, guck mal. Übertreib nicht. Chill und so weiter. So, ne. Stark, Bruder, Rattenloch. So schlimm auch nicht. So schlimm auch nicht. Mach mal diese Mittelklasse so. Mach mal so. Ein bisschen leben muss ich schon. Ne, da haben wir so ein Hotel gefunden, mit dem ich auch später so eine Kooperation hatte. Weil ich hab gesagt, ich bin Autor. Die haben gesagt, okay, komm, nimm umsonst alles. Mach bisschen Werbung über Instagram und so. Stark. Und, ähm, genau. Da hab ich dann für sieben Tage verbracht und, ähm, ja, viel mit meiner Mutter gesprochen. Auch über meine Geschichte. Die hat auch ihre Geschichte nochmal erzählt. Wie sie mit, mit, mit 16 Jahren bekommen hat. Wie hart das für sie war. Weil ich wusste gar nicht zum Beispiel, dass meine Mutter, ähm, mit mir auf der Straße geliebt hat. Hm. Weil damals, müsstest du dir vorstellen, äh, mein Vater hat meine Mutter geschwängert und damals schon Skandal so. Weil kulturmäßig, du kannst nicht einfach... Ohne dass du verheiratet bist, oder? Verstehst du, was ich meine? Und ich, meine Mutter hat zu mir gesagt, dass meine Onkels dann, mein Vater, eine Woche lang gejagt haben. Wow. Mein Vater hat sich versteckt. So richtig wie diese türkische, wenn du... Die wollten nicht auseinandernehmen, so richtig auseinandernehmen. Und, ähm, genau, und bei uns in der Kultur ist es halt so, wenn du, äh, wenn die Frau schwanger wird, muss dann, äh, die Familie, der, ähm, des Vaters und so weiter, muss dann sozusagen die Tochter aufnehmen. Mhm. Und mein, mein Vater hatte damals schon fünf Geschwister. Und auch damals, sie waren, okay, meine Familie war, also, Vaterseite war jetzt nicht arm arm, aber, so, müssen auch hassen und kämpfen. So, ne, und da kommt so eine Frau mit einem Kind und so, oder noch schwanger damals gewesen und, ja, du sollst sie mal durchfüttern, das ist das eure Verantwortung so mäßig. Und dann gab's dann halt so Beef, so Frauen und so weiter, ja, was macht die hier, die nimmt das Essen weg, was können wir dafür, dass unser Bruder so dumm ist und so weiter, so. Mhm. Meine Mutter konnte das nicht aushalten und als sie mich bekommen hat, hat sie gesagt, ja, die hat sehr viel gelitten, weil, ähm, es war halt so, Essen war nicht da und man musste aufteilen und die hat ja nicht gearbeitet und so weiter, viel Eifersucht und hat sie irgendwann mal über Nacht ihre Sachen gebracht und hat gesagt, okay, dann lebe ich lieber auf der Straße als sie zu bleiben. Boah. Oder mit Kind auf der Straße. Ja. Ja. Gehasselt und so weiter, aber meine Mutter war auch eine Hasslerin, die hat immer eingekauft und dann auf der Straße verkauft und so weiter, so Stände und so weiter, wo sie so Früchte und so weiter verkauft hat und ich auf den Armen und so. Ja. Ja, und dann irgendwann mal, mein Onkel hat dann meine Mutter gesucht und hat gesagt, hey, was ist los mit dir, du kannst nicht auf der Straße leben, was ist los? So, die Nachbarn reden und so weiter, kommen dann zu mir. Genau. Dann bin ich dann, ähm, zu meinem, ähm, zu meinem Onkel, dann, äh, haben wir eine Zeit lang gelebt und irgendwann mal hat dann meine Mutter gesagt, hey, diese Situation passt auch nicht, weil es wenig Platz ist. Und dann ist sie zu meiner Oma gegangen, also die Mutter von meinem Vater und hat gesagt, hey, kannst du mir helfen, meinen Sohn aufzuziehen? Ich geh jetzt arbeiten, bekommst du schon meinen Sohn und ich geb dir immer sozusagen Geld dafür, für Essen und noch ein bisschen Geld für dich. Und meine Oma hat gesagt, okay, guck, mach ich dann. Dann bin ich sozusagen bei meiner Oma dann aufgewachsen, bin ich zehn Jahre alt. Mhm. Also war sozusagen, mein Onkel war mein Ersatzvater und meine Oma war so mein Ersatzvater. Mhm. Wirklich so, man unterschätzt manchmal, was ein Kind heißt, Alter, das ist wirklich dieses, du kannst nicht einfach irgendwie so, das Kind nimmt ja eh schon deine ganze Zeit, du willst da noch husteln und struggeln so, weißt du? Das heißt, eine Frau, die alleinerziehend auch noch ist in dem Fall, die hustelt, Bruder, das ist das Schwierigste für mich auf der Welt, weil wirklich, du musst ja 24 Stunden für das Kind da sein, wann willst du noch dazwischen irgendwie Geld verdienen? Richtig. Das ist eigentlich unmöglich so. Richtig. Es sei denn, du machst sowas, du hältst dein Kind in der Hand, während du versuchst, Obst zu verkaufen, so weißt du, ich meine, so wirklich maximal hart, Alter, deswegen Respekt dafür. Echt hart, Schule. Was hat sie dir dann erzählt, das wusstest du gar nicht mehr wahrscheinlich? Nee, ich wusste nicht, das hat mir sehr, also ich war natürlich interessiert, weil, Bruder, du weißt nie, wann das nächste Mal ist, dass du deine Mutter siehst. In Afrika kann alles passieren, Krankheit, Unfall und so weiter und ich wollte so viel von ihr, weil ich war auch natürlich Schriftsteller und ich will ja irgendwann mal auch die Lebensgeschichte von meiner Mutter schreiben. Und ich wollte maximal alles rausholen, was ging und so weiter und ich kann mich erinnern, das war wie ein Film, wir saßen, es war dunkel gewesen und wir saßen so zu zweit, sie gegenüber und Licht und so weiter. Wie so ein Film und die hat mir einfach so ihre Lebensgeschichte erzählt, wie das war, ich habe sie halt erzählt, ich habe sie halt gefragt, okay, wie war das mit Papa und so weiter, wieso kam ihr nicht zusammen? Ja, mein Vater hat mir versprochen, dies, das und so weiter und meine Mutter wusste erst kurz bevor ich nach Kongo, äh, nach Deutschland komme, dass mein Vater geerrettet hat, schon ein Kind hatte. Acht Jahre lang wusste sie das nicht oder zehn Jahre lang und so weiter. Also das war maximal auch für sie so Kopfschmerzen, Liebe und so weiter, ja. Ich kann mir vorstellen, dass dein Vater wahrscheinlich beabsichtigt hat, zurückzukommen, aber die Umstände lassen das manchmal einfach nicht zu. Du gehst irgendwo hin, dann fängst du an, dann bist du in einem gewissen Arbeitsrhythmus oder was auch immer und dann irgendwann, wenn zu viele Jahre vergeben, gibt es auch nicht mehr diese richtige Option zurückzugehen. Du denkst dir, ich habe jetzt hier etwas aufgebaut. Zehn Jahre in einem Land ist es sehr schwer, nochmal zurückzugehen. Und vor allem, ihr müsst euch vorstellen, er war 19. Jung. Mit 19, du bist noch ein Kind. Ja, ja. Also stell dir vor, du bist 19, du fliegst nach Südkorea. Ich würde nie wieder zurückkommen. Du bist erstens weg und zweitens ist es ja nicht wie heute und so weiter. Du hast FaceTime, du hast WhatsApp, du kannst anrufen und so weiter. Damals war ja noch mit Karte. Du warst in so einen Laden und so weiter, da waren 30.000 andere, du musstest dich jetzt mal von hinten einstellen, dann hast du drei Minuten, vier Minuten Zeit gehabt, um mit deiner Frau zu telefonieren. Das hat sich fast ein halbes Vermögen gekostet. Ja, ja. Das war eine ganz andere Zeit. Diese Telefonzellenkarten, ne? Richtig, ganz genau. Boah, Junge, Alter. Und natürlich, ich kann teilweise mein Vater verstehen, dass die Liebe dann irgendwann mal auch verschwunden ist oder dass du gesagt hast, hey, guck mal, ich hab jetzt hier neues Leben und ich muss jetzt hier anfangen, was aufzubauen und ja, so sind halt, das Leben ist halt so gelaufen. Es ist ja auch nicht so, dass man hier einen Monat arbeitet und direkt reich ist, Bruder, du musst erst mal reinkommen, dann nach ein, zwei Jahren hast du erst einen guten Job oder dann musst du drei Jahre da schuften, damit du da eine gute Position kriegst, Bruder, und dann vergehen wieder drei Jahre. Also das ist schon zehn Jahre vergangen. Ja, dann bist du ja schon hier die ganze Zeit, dann denkst du dir auch, okay, dann kann ich auch hierbleiben. Ja, richtig. Das ist ja so dieselbe Gastarbeiter-Story so. Unsere Eltern sind auch hier hingekommen, unsere Opas und so, haben schon gedacht, okay, ich arbeite ein bisschen, sammle Kohle und gehe in zehn Jahren zurück, aber die haben dann gesehen, okay, mein Kind geht hier zur Schule, der eine hat schon hier geheiratet, hat schon ein Kind, ist zu spät zum Zurückgehen. Richtig. Ja, aber ich glaube, das war auch nie seine Option gewesen, zurückzugehen, nie. Okay. Weil du siehst das Paradies, du gehst noch nicht zurück. Oder das ist auch nochmal ein anderes Level an Integration, wenn du weißt, du gehst nicht mehr zurück, du integrierst dich anders, wie unsere Gastarbeiter, die denken, okay, ich bin Gastarbeiter, ich werde irgendwann wieder zurückgehen. Ja. Du gehst ganz anders an Integration dran. Absolut. Absolut. Ja, ja. Mein Vater hat ja auch richtig gehasstet, also der hat bei einem Moviepark gearbeitet, in einem Restaurant gearbeitet, dann jahrelang LKW-Fahrer gewesen und so weiter, also der hat ja, der hat ja nur sein Leben lang gearbeitet. Deshalb, wenn man so sagt, okay, man hat, jeder von uns hat natürlich Traumas, ich habe auch viele Traumas und so weiter, aber irgendwann mal, wenn man so reflektiert und so, weil es gab eine Zeit, dann hat sich dein Vater maximal abgefuckt. Du dachtest so, der ist der böseste Mensch so auf der Welt und so weiter, aber wenn du so auch die guten Seiten siehst, guck mal, der hätte auch sagen können, guck mal, Schatz auf das Kind. Ja. Der hätte auch sagen können, guck mal, warum soll ich arbeiten gehen, so für die Familie, verstehst du? Also, trotz allem, dass er natürlich sehr ein kalter Mensch ist und trotz allem, dass er halt diese Liebe nie geben konnte, die er mir geben wollte und so weiter, aber er hat trotzdem für die Familie, also für die Familie gesorgt. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Film von Danzel Washington, oder? Diese Fancys, kennt ihr Fancys? Nee. Das spielt er, das ist so Melodrama mäßig, da spielt er so einen Vater, der halt so, das ist so ein bisschen wie so ein Theaterstück, der Film, weil das spielt alles im Garten vom Haus und das lebt so ein bisschen von den Charakteren und von den Schauspielern, wie die das so schauspielern. Und das ist auch so 80er Jahre oder so, irgendwie sowas. Aber ein neuerer Film, aber spielt er in den 80er Jahren. Und da sagt sein Kind zu ihm, Papa, liebst du mich nicht? Sagt er in einer Situation, vielleicht habt ihr das irgendwo im Trailer mal gesehen. Ja, ja, ja. Und da sagt er so, ob ich dich liebe, so? Sagt er, ich muss dich nicht lieben. Sagt er, ich sorge dafür, dass du Essen kriegst und so weiter, aber ich muss dich nicht lieben. Ah, jetzt wo du das sagst. Er sagt, du bist meine Verantwortung, so weißt du? Dieses so ein bisschen, weil am Ende des Tages, Bro, Männer lieben auch nicht so wie Frauen, dieses ich liebe dich, mein Sohn, dies, das, sondern die lieben ja indem die das machen, was sie tun müssen. Richtig. Ja, die, sie machen das, was als Mann oder als Familienvater zu tun hat, so. Die machen den Job, so, verstehst du? Die haben keine, du brauchst auch die Zeit, auch so Liebe zu schenken, so, verstehst du? Muss ein bisschen so ein Stein sein. So, verstehst du? Du kannst nicht, guck mal, heute so, ich gebe, ich nehme meinen Sohn in den Arm, so weiter, ich gebe ihm so ein bisschen Liebe und so. So, heute, du hast ein ganz anderes Mindset und so weiter, aber damals hast du keine Zeit gehabt. Du musst das arbeiten, du kommst nach Hause, du bist müde, alles fuck dich ab, gleich auf der Arbeit wirst du rassistisch beleidigt und so weiter, wie Dreck behandelt. Dann kommst du nach Hause an, dann schlägst du dein Kind, weil du abgepackt bist und so weiter, verstehst du? Weil du brauchst Bock, Sack. So, verstehst du? So, falsch ist, du hängst dein Kind auf. Wenn Vater gekommen ist, war still. Wir wussten, wir waren wie Soldaten, so. So, wir mussten stehen und ich kann mich erinnern, so, wenn Papa gekommen ist, so Teller auf dem Tisch. Ich essen auf dem Tisch, Mutter helfen und so weiter, weil der Chef war da, der König war da. Ja, ja. So, verstehst du? Das war, das war unser Lifestyle, so, verstehst du? Alter, Alter. Ja, Mann. Wie bist du dann zum Schriftsteller-Tum? Also, du hast ja jetzt schon ein bisschen da reingesiegt, so Sneak-Peak gemacht. Wie bist du da hingekommen, dass du Schriftsteller geworden bist? Weil, das war ja auch ein Weg. Ja. Du hast hier deine Jugend, Schule und so weiter nachgeholt, erst mal reingekommen, hier das Leben kennenlernen. Und wie war dein Weg dahin? Was hast du gemacht beruflich, dann bist du da warst? Also, ich habe so mit 13 Jahren, hatte ich sehr, sehr viele Probleme mit der deutschen Sprache. Also, heute teilweise immer noch, aber damals war das richtig, richtig krass gewesen. Nochmal mit 10 Jahren hin, du kannst nichts. So, verstehst du? Und dann mit 13, sage ich mal 14 und so weiter, hatte ich zum Glück eine Lehrerin gehabt, die mich sehr, sehr gemocht hat. Warum auch immer. Ich fand mich halt sympathisch und so weiter und er hat halt zum, mein Vater gesagt, guck mal, ich will diesen Jungen ein bisschen supporten und so weiter, kann er mal ein Wochenende bei uns pennen und so weiter. So, mein Vater auch so, mein Vater auch so voll naiv, könnte auch so eine Frau sein, die irgendwelche Sachen mit mir macht zu Hause. Wow. So, du warte, mein Vater, nimm diesen Mann hier, nimm ihn mit und so weiter. So, weniger Essen am Wochenende, so Tomaten und so weiter. Dann macht mir diese Rechnung im Kopf. Okay, nimm. Ein Kind weniger, warte. So, der hat diese Plus-Minus-Aufgabe gemacht. Dann nimm ihn mit, vielleicht gebe ich ihn in zwei Monaten wieder zurück. Jedenfalls, so irgendwas Wochenende, ich war dann bei denen gewesen und das war für mich ein Film. Ich komme so rein, so Lehrer reden. Aber, Bruder, warte mal, die Lehrerin hat dich mitgenommen? Ja, Wochenende. Das ist voll korrekt, Alter. Maximale Lehrerin, Bruder. Hättest du eine Lehrerin, meine wollten mich nicht mal im Unterricht sehen. Ey, mach mal ganz kurz. Chill, komm mal ganz kurz runter. So, wir sind mitten in der Folge und du hast immer noch nicht abonniert, Kollege. Hallo, Polizei? Hat irgendjemand nicht abonniert, glaube ich, bei Rated Podcast. Oh, sofort Gefängnisstrafe geben. So, ey. Wer denkst du, wer du bist? Du, weißt du, wie viel Arbeit hier drin steckt, Bruder? Lass doch wenigstens, abonnier, like, Schwester, Bruder, was auch immer. Lass doch, gib doch Liebe! Meinst du, das ist lang genug, dass ich die Kamera erreiche, dass ich den weggaue, wenn ich abonniert habe? Ey, du kleiner Maniaker, Maniaker, Zelemi. Bruder, abonnier, Schwester, abonnier, gib Liebe, wir stecken so viel Liebe hier rein, haben trotzdem Shadowband, aber wir machen trotzdem weiter. So, ihr wisst Bescheid, es geht weiter. Okay, es geht weiter mit der Folge. So, Freitag mit dir mitgefahren und Sonntag, so, ihr müsst euch vorstellen, so, alle Schüler sehen mich, so, ich steck so mit meiner Lehrer ins Auto. Boah, das ist schon ein bisschen cringe. So, natürlich, cringe. Guck mal, der Arsch kriecht ja so, so, auf den, so. So, und, genau, vom Freitag dann bis Sonntag hat sie mich dann jedes Wochenende immer mitgenommen und ich kann mich erinnern, ich komme so an, so ein Riesenhaus natürlich, so bunt. Die hat auch so eine Tochter gehabt, die war auch ein bisschen älter schon, die Tochter, glaube ich, die war schon 21, 20 und so. Und das war so das erste Mal, ich schwöreste das erste Mal in meinem Leben, ich komme rein, so Frieden. Boah. So, Tauben zwitschern, so, keine Mutter, die mich anschreit morgens und so weiter. So, die kommen rein, die fragt mich so, ja, möchtest du was essen? Hast du Hunger? Und ich habe mich so geschämt und so weiter, ich kam nie nach Hause und so weiter, meine Mutter hat mich nie gefragt, so mäßig so, ja, soll ich etwas essen machen, geht es dir gut und so weiter. So, ich musste suchen, wo die Küche ist und so weiter. Ja, ja, ja. So, jedenfalls, ich komme so rein und sehr fürsorglich, sehr nett und so weiter und wir sitzen so am Tisch, so Abendbrot gegessen und so weiter. Ich dachte mir so, was ist Abendbrot? So bei uns, afrikanische Kultur um 18, 20 Uhr und so weiter, hast du noch Reis mit Hähnchen und so weiter gegessen und so verstanden. Ja, ja, safe. Abendbrot, was ist das? In jedem Fall, wir saßen da, haben gegessen und alles schon gemacht und so weiter und dann schlafen Zeit, dann bin ich ganz oben gegangen, da war so ein Dachgeschosszimmer und so weiter. Und das war so mäßig mein Zimmer gewesen und in diesem Zimmer hatte sie ein Bücher, so eine Art Bücherladen gehabt, voll mit Werken und so weiter. Also Bibliothek oder Laden? Also so mäßig wie ein Laden, so aufgebaut, also voll mit Bücher gewesen. Und in der Mitte war so mein Bett gewesen und ich war so erstmal so voll überrascht, jetzt mein eigenes Zimmer und so weiter, das war schon das erste und so weiter. Und ich schaue mich auch ein bisschen um und so weiter und hole so ein paar Bücher raus und dann waren so Bücher von Rilke und Kalle Gebran und Husseini und so weiter. Also sehr, sehr, sehr viele Klassiker und so weiter, Alchemist und so weiter. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so Bücher, so richtige Romane, Poesie in der Hand halte und ich blätter so rein. Und ich kann mich erinnern, das allererste Buch, was ich in der Hand hatte, war von Rilke gewesen, das war so ein Gedicht über Liebe. Der C.R. Rilke hat ja sehr viel an seine damalige Freundin oder Geliebte und so weiter Briefe geschickt und war sehr poetisch und so weiter. Und ich war so, krass, wusste nicht, dass man auf Deutsch so schreiben kann. Und sie kam halt ins Zimmer rein und hat mir so eine Decke gebraucht und hat halt gesehen, dass ich in diesen Büchereinblätter. Hat sie mich gefragt, hey, kennst du diese Autoren? Nee, sag ich nicht und so weiter. Wenn du willst, wir können ein bisschen reinblättern, ich kann ein bisschen über die erzählen. Und sie hat mir so erzählt, was sie waren, was sie gemacht haben und so weiter, dass sie Autoren waren, geschrieben haben. Und ich habe zu ihr gesagt, boah, krass, ich will auch so ein Autor sein, ich möchte auch so schreiben. Boah, was für eine Geschichte, wo da so ein Applaus drauf geht. Dann hat sie zu mir gesagt, so, ja, wenn du willst, wir können lernen und so weiter. Ich habe gesagt, ja, mein Deutsch ist aber nicht so gut. Da hat sie gesagt, ja, Deutsch ist erstmal egal und so weiter, es geht erstmal nur um Emotionen und so. Da haben wir immer so geschrieben und hat mir erzählt, erklärt, was sind Metapher, was bedeutet genau Poesie, worauf kommt es an und so weiter, wo holst du denn Inspiration und so und so. Hat sie auch selber geschrieben oder wie kam das? Nee, die waren einfach ein sehr, genau, richtig, die waren ein sehr großer Fan von diesen ganzen Poesie-Leuten und so weiter, Klassiker und so, genau, einfach ein Fan davon gewesen. Einfach viel Literatur, die haben es gelesen, einfach viel, die haben es gelesen. Richtig, genau. Und da dachte sie so, okay, aus diesem kleinen Jungen mache ich auch so den Essen. Der hat sich gesagt, okay, der ist jetzt so mein, 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 mein Junge. So ein bisschen so dein, dein Schüler so, wie sie so als Dings so, ja, ist schon cool, Alter, was die Lehre gemacht hat. Cool. Du musst ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so eine coole Lehre gehabt. Ich schwöre es dir, Maximum. Ja, ich habe dich auch total gefeiert. Und genau, wir haben dann, jedes Wochenende haben wir gelernt, gelernt, gelernt und irgendwann mal kam dann der Zeitpunkt, wo sie ein Angebot war. Weil sie war halb Französin, ja, halb Französin und Deutsch und ihr Traum war es immer, in Frankreich, Südfrankreich zu unterrichten. Und sie hat irgendwann mal ein Angebot bekommen von der Schule und ich kann mich erinnern, sie kam dann zu mir und so, hey, Kerfeller, guck mal, ich habe ein Angebot bekommen, in Südfrankreich, da Unterricht zu leiten und so weiter. Ich werde jetzt so, in ein paar Monaten werde ich weg sein und so weiter. Ich war so traurig, aber ich war damals in der Pubertät, ich wollte das nicht so zeigen. Ich so, ja, wenn sie gehen müssen, müssen sie halt gehen, so, ne? Die dachte ich auch, der kleiner Wichser, ey. Ich schwöre es dir. Lass mich mal kurz in dieses Zimmer alleine für 10 Minuten. Hast du rote Augen, Kerfeller? Ich schwöre es. Ja, nee, ich habe dann, genau, dann war sie dann irgendwann mal weg und hat halt zu mir gesagt, hey, guck mal, versprich mal eins, mach das weiter so mit diesem Schreiben und so weiter. Ich so, ja, ja, mach ich. Wie lange habt ihr, oder wie lange hattet ihr da durchgezogen? Boah, das war, lass mich lügen, bestimmt so ein Jahr. Also wir waren nicht jedes Wochenende, weil die hat auch ein Leben gehabt und so weiter. Aber es kam schon so vor, dass wir einmal bis zweimal im Monat, dass ich dann bei denen gepennt habe. Das Ganze ging dann ein Jahr. Und genau, sie war dann weg gewesen und ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ich glaube, das war dieses Herzschmerz, dass jemand, den ich gemocht habe, auch wieder weg war. Weil Mutter war nicht da, Vater war nicht da und da kam dieses, so, jemand mag mich, jemand sorgt sich für mich und der ist sie auch weg. Der ist auch wieder weg, ja. Hieß sie? Ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt. Ah, schade, ich schwöre es dir. Ich weiß nicht, warum, aber... Du hast richtig diese verdrängt. Ja, ich weiß nicht mehr, wie die richtig heißt. Ich weiß auch nicht mehr, wo sie genau hingegangen ist und so weiter. Aber das war auch so eine Zeit, du hattest ja damals keinen, also du hattest schon Mobiltele von der Bar, das waren so dicke Geräte damals. Nokia. So, verstehst du, du hast ja kein WhatsApp, wo du gesagt hast, lass mal WhatsApp tauschen und so weiter. Wie alt warst du nochmal? Ich war damals zwölf, dreizehn, dreizehn, vierzehn, lasst du dreizehn, vierzehn sein. Sehr junger, okay. Also 2003, 2004. Richtig, genau, da kamen so die ersten, so Nokia-mäßig und so weiter. Das erste Nokia-Handy müsste rausgekommen sein, 98. Da konntest du nur vorne das Cover tauschen. Richtig, genau. Mit der Anferne oben. Richtig, ja. Ich kenne die Nummer nur nicht davon. Genau. Irgendwo so 53, 10 oder so. Ja, und was soll ich sagen, so, auf jeden Fall, dann ging es dann weiter so, dass ich dann meine Pubertät erreicht habe und dann kam dieses erste Verliebtheit in einer Mädchen und so weiter und dann Herz gebrochen und damals, so, Rassismus war ja nichts Besonderes, so, verstehst du, die N-Bombe wurde... Heute immer noch nicht mehr. Tagesprogramm. Ja, aber damals war es schon Standard. Damals war ich der einzige Schwarze in der Schule und selbst die Lehrer haben die N-Bombe geschmissen, als ob das nichts wäre. Oh. So, Schüler, Lehrer und so weiter. Und für dich, so, du wusstest nicht, wie kommst du mit dieser Situation klar, verstehst du? Schwarze hatten es, glaube ich, nochmal besonders schwer. Also Kanacken, so diese typischen, so Orient-mäßigen, so, weißt du, Türken, Araber und so waren ja schon viele hier, Türken vor allem. Aber es gab wenige Schwarze, glaube ich. Immer noch gibt es nicht so viele Schwarze im Vergleich. Und du hattest auch keine Freunde und so weiter, so Schlägerei, du warst alleine, so, verstehst du? Und Ärger und so weiter. Jedenfalls, so, erstes Herzschmerz, Rassismus und du hast immer so viele Gedanken in deinem Kopf gehabt und ich kann mich erinnern, okay, gut, ich habe ja damals geschrieben, also mache ich das nicht. Ich habe dann ein Blatt Papier genommen, habe einfach so angefangen, meine Gedanken, meine Gefühle. Ich habe noch dieses Tagebuch noch zu Hause, wo ich diese ganzen Gedanken, Poesie, Gedichte geschrieben habe und irgendwann mal, kann ich mich erinnern, da hat der Lehrer im Deutschunterricht gesagt, hey, guck mal, ihr habt die Möglichkeit, so eine Art, wie soll ich sagen, so ein Projekt haltmäßig, jeder geht nach vorne und liest einen Text vor, so ein Gedicht, poesiemäßig. Und ich dachte so, okay, das ist halt jetzt meine Chance zu zeigen, dass ich schreiben kann. Ja, dass ich schreiben kann, Gedichte und so weiter. Und ich kann mich erinnern, ich war, damals habe ich irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr immer unterdrückt worden seid und nie so Anerkennung gehabt habt, bekommen habt, habt ihr angefangen, so clownmäßig zu sein, so in der Schule. Ja, Hauptsache, Aufmerksamkeit. Genau, ich war irgendwann, wo ich so zum Clown, so weiter, ich habe jeden zum Lachen gebracht und so weiter. Und als ich nach vorne gegangen bin, habe ich schon gehört, wie andere Leute angefangen haben zu lachen, weil die dachten, okay, jetzt kommt irgendwas von ihnen. Aber du meinst das voll ernst. Ich meinte, das ist richtig ernst. Irgendwas Lustiges macht der jetzt. So mäßig, so ein beleidigter Lehrer, oder zieht seine Hose auf, zeigt Arsch und so weiter, so Bad Simpsons mäßig. Lehrer, friss meine Shorts. Es war dann vorne und der Lehrer so, ja, Kaffler liest einen Text vor und ich war richtig nervös, weil ich dachte so, okay, das erste Mal, was ernst ist und so weiter. Und ich dachte, aber ich muss das durchziehen. Da habe ich so Text vorgelesen über Liebe, so. Da habe ich gesagt, hey, das Wichtigste, also ich gebe es jetzt einfach so mit meinen Worten wieder. Das Wichtigste in der Liebe ist nicht, was du siehst, sondern was im Herzen ist und so weiter. Wir gucken immer nur mit den Augen, aber wir müssen mit den Herzen schauen und so. Eine Frau von heute kann eine gute Frau sein, aber eine gute Mutter ist was anderes, so maximal so, der Lehrer guckt mich schon, ja, Mann, der Lehrer guckt das so, die Lehrer, also die Schüler guckt mich so an, so alle ruhig. Ruhig, was ist mit denen? Was ist mit denen, so, der Lehrer so voll überrascht gewesen, dass ich überhaupt so was schreiben konnte. Dann habe ich mich wieder hinten hingesetzt und ich kann mich erinnern, der Lehrer nach dem Unterricht kommt zu mir und sagt so, hey, ich wusste gar nicht, dass du so gut schreiben kannst, so, wir haben da hier so ein Literaturprojekt und so weiter, wenn du Lust hast, geh doch da hin. So eine AG wahrscheinlich, ne? So eine AG, so, da kannst du so schreiben lernen und so weiter und ich wieder so arrogant mäßig, so, ja, ich gehe nicht da hin. Ich bin krasser als die, wer soll zu mir kommen? Ne, nicht krasser so, aber dieses, das sind so diese, so Deutsch und so weiter und ich war schon sowieso immer so uncool mäßig und so weiter und ich bin nicht noch tiefer fallen, indem ich mich mit so, so Tobias, Jens und so weiter hinsetze und so weiter und anfange so Gedichte zu schreiben, so, dann werde ich ja maximal gedichten und so weiter von anderen Leuten. Okay, du hast dich quasi so ein bisschen nicht getraut, weil du dachtest, ey, kein Bock jetzt auf diese Kreativität. Richtig, genau, richtig. Da bin ich dann, so, ne, hab ich dann auf Eis gelegt und so weiter, hab aber immer wieder geschrieben und sprungen wir weiter, weiter, weiter. Dann kam das Jahr 2014, 15, wo ich dann richtigen Herrschmerz hatte. Also die Geschichte ist aber auch hier im Buch verfasst, ich will jetzt nicht so viel spoilern. Jedenfalls war es eine Situation, wo mein Leben so aus der Bahn geworfen war. Ist das so das bekannteste Buch von dir aktuell, also bis die Liebe uns findet? Ja. Ja, okay. Das war doch das erste Buch, was ich geschrieben habe und ich dachte so, okay, da war Sachen wie Depression, Selbstmordgedanken und so weiter, so, das war wirklich so mein Leben so fast am Ende, dachte ich, jedenfalls damals und hab dann angefangen wieder zu schreiben und hab dann aus Spaß, muss ich sagen, einfach auf Facebook gepostet. Also das ganze Buch oder? Ne, ne, meine Sprüche, meine Sätze, meine Texte und so weiter, so alles, was mir in Gedanken waren, also in Gedanken vorkamen, hab ich geschrieben und dann auf Facebook immer gepostet. Okay, stark. So und irgendwann hab ich gemerkt, immer mehr Likes, immer mehr Likes, immer mehr Likes und wirklich so, ich seh so, die Leute kopieren meine Texte und haben das für sich so beansprucht. Ah, krass. Und andere so, wow, was für ein krasser Schreiber, ja, danke, so. Ich dachte so, du bastelst auf meinen Text. So, was ist da so. Aber da hab ich irgendwann mal gemerkt, okay, ich hab da ein Talent, das fruchtet, also die Leute mögen meine Texte. Es kam dann, wo die Anerkennung von draußen kam. Richtig, ganz genau so. So, und da hab ich so mich besonders gefühlt, ich dachte so, okay, es gibt doch was, was ich gut kann, weil ich dachte immer jahrelang, ich hab nichts drauf, ich kann nichts so. Aber dann hab ich so meine Bestimmung gefunden im Schreiben. Und dann hatte ich eine sehr gute Freundin damals gehabt, die irgendwann mal gesagt hat, hey, was ist los, schreib doch ein Buch, du hast so viel erlebt in deinem Leben, schreib doch so einen Liebesroman, wie soll ich schreiben, wie soll ich anfangen. Dann hab ich gesagt, okay, komm, ich schreib das einfach so, wie ich denke, wie ein Buch geschrieben werden sollte. Also mein Leben so aufgeschrieben und so weiter, in der Schule mäßig, Party, was da alles passiert ist und so weiter, bis ich die Liebe meines Lebens gefunden habe und so weiter. Und ich will nicht spoilern, jedenfalls bis… Das Buch ist auch so quasi autobiografisch bis hin zum Teil. Ja, also eigentlich komplett autobiografisch, kann man sagen, das ist eher nicht ein Roman, eigentlich ist das eine Autobiografie. Und jedenfalls habe ich das dann an Verlage dann angeboten, Manuskript fertig gemacht und so weiter. Und dann habt ihr so, so richtig naiv mäßig und so weiter, habt ihr so, so das gespeichert und so weiter, dann E-Mail geschickt, so an Heine Verlag, Pipa Verlag, River Verlag und wie die alle heißen, Ulstein auch mit dabei. Und so Absagen ohne Ende, so ja, zu islamisch, zu radikal, zu dies, zu das, zu gefährlich, schwarz-weiß-Religion, nee, machen wir nicht. Und ich muss, ich habe das auch mit dem Handy damals geschrieben, weil ich hatte keinen Laptop gehabt. Ich konnte mir keinen Laptop leisten und habe das ganze Buch mit dem iPhone 5S. Boah, Bruder, was? Boah, das ist krass. Das ganze Buch mit iPhone 5S, diese Notizen mäßig und so weiter. Willst du da durchgehen, korrigieren und so, das war voll der Film. Moment, und dann, ich habe damals eine Ausbildung als Anzehnerin des Kaufmann gemacht und ich habe dann, wir hatten dann immer so diese Computerstunden gehabt und so weiter und ich hatte immer manchmal so Freistunden, wo der Lehrer, einfach nicht aufgetaucht ist und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, ich nutze einfach mal die Chance, weil die hatten da Word gehabt und habe dann diese Notizen kopiert, mir per E-Mail geschickt, Internet reingegangen, diese E-Mail rausgezogen, auf Word reingetan, gespeichert, mir diese Word-Datei wieder zurückgeschickt auf die E-Mail und so weiter und jedes Mal geschrieben gemacht. Und dann hat sich dieses komplette Buch sozusagen rübergespeichert und habe das zu einer Verlage geschickt und so und habe auch so Briefe geschrieben, so, ja, mein Name ist Kefal Vidala, ich habe ein Buch geschrieben, hätten Sie Interesse und so weiter, es geht um das und das, natürlich keine Antwort, so. Ulstein macht doch nicht auf und sagt, ja, krass, machen wir so. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr nicht wollt, dann mache ich das selber. Damals natürlich Pleite, Schulden ohne Ende gehabt und so weiter, ich hatte damals so wie 10.000 Euro Schulden gehabt mit Schwarzfahren und Versicherung, Handyverträge, Standards und so weiter, so, ne? Wie die Jugend sind, Bruder. Ja, Mann, und ich hatte gar kein Geld gehabt, nichts gehabt und dachte, okay, aber ich will dieses... Aber du hattest Willen, Bruder. Ja, Mann, auf jeden Fall. Willen. Was habe ich gemacht? Ich habe so von Schwestern so Geld ausgeliehen und so weiter, von Freunden Geld ausgeliehen und dann habe ich dann so ein bisschen geforscht, gegoogelt und irgendwann mal hat mir die eine Freundin wieder den Tipp gegeben, hey, ich kenne die Autorin, die hat ihre Bücher veröffentlicht, aber die hat keinen Verlag. Vielleicht könntest du sie mal fragen, ob sie dir irgendwie welche Tipps geben kann. Direkt angeschrieben, hey, ich bin Autor, ich möchte ein Buch schreiben und so weiter, wie mache ich das? Hat sie gesagt, hey, es gibt so einen Laden oder so eine Firma, die heißt VOD, da können zum Beispiel Leute, die ihre eigenen Bücher veröffentlichen möchten, können sie darüber dann Vertrieb machen und so weiter. Er sagt, okay, gut, wie viel würde das das kosten? Ja, je nachdem, was für eine Qualität du möchtest, du kannst mit 200 Euro machen, aber es geht auch bis 3000 Euro. Ich habe gesagt, okay, gut, dann gehe ich in der goldenen Mitte, so 1500 Euro, versuche ich irgendwie zusammenzukratzen. Dann Buchcover ready gemacht, Foto ready gemacht, habe die eine Freundin gefragt, ob sie nicht Bock hat, auf dem Cover drauf zu sein, um einfach als Dankbarkeit, ne? Hat sie ja gesagt, draufgepackt, dann Lektorat mir organisiert, Lektorat hat, ne, ich hatte keine Lektorat, sorry, ich hatte eine Freundin gehabt, die das Buch so mäßig... Was ist Lektorat? Lektorat ist jemand, der deine Rechtschreibfehle und Grammatik verbessert. Ne, sorry. Das ist Korrektorat, Lektorat ist jemand wie... Du musst dir vorstellen, wenn du ein Autor bist, du bist extrem in der Flow. Und manchmal kann es passieren, dass du Sachen schreibst, die keinen Sinn ergeben. Das bedeutet zum Beispiel, du sagst in einer Szene, ja, der zieht sich einen blauen Pullover an, auf der nächsten Szene sagst du, der zieht sich einen roten Pullover wieder aus. Lektorat sagt, hey, guck mal, da schreibst du blau, hier schreibst du rot. Und korrigiert das dann. Korrigiert das. Oder sagt, hey, guck mal, der fällt hin, sagst du, aber der verletzt sich irgendwie am Arm. Das kann aber nicht sein, weil wer runterfällt, muss er sich eigentlich da verletzen. Diese Logikfehler. So Logik, genau. Dafür ist ein Lektorat. Vielleicht auch Formulierungen und so. Richtig, ganz genau. Um das dann halt zu glätten und so weiter. Und dann Korrektorat ist wirklich nur dafür da, um die ganzen Grammatik- und Rechtschreibfehler dann wegzumachen. Jedenfalls habe ich dann Korrektorat besorgt. Ist das teuer, sowas? Weil er liest ja das Buch durch, kuriert das ist schon viel Arbeit, ne? Ja, er kommt drauf an, wie viel Geld du hast. Also, wie viel Geld du ausgeben willst. Du kannst das, wie ich zum Beispiel den Fehler gemacht habe, ich habe eine beste Freundin gefragt, oder eine Freundin gefragt, die das gemacht hat. Oder du kannst dir das auch professionell dann holen. Kostet dich, ich sag mal so, fängt bei 500 Euro an, kann auch bis zu 2000 Euro gehen. Je nachdem, wie viele Wörter. Sie berechnen die Wörter. Also pro Worte sind das irgendwie 0,05 Cent, 8 Cent, 10 Cent und so weiter lang. Oder du machst mittlerweile Chat-GPT. Würde ich nicht machen. Ja, aber der wird das komisch ändern wahrscheinlich. Ist schon möglich, aber, also, ich glaube inzwischen, also damals, glaube ich, Jan, aber ich glaube, jetzt ist das so weit, dass das schon sehr, sehr gut kann, aber... Das neue, neue Chat-GPT, was jetzt vor, was war das, vor ein, zwei Wochen? Ja, das ist schon crazy. Das ist schon crazy shit. Aber ich glaube, das kann aber trotzdem dieses Menschliche nicht. Die Seele aus dem Ding, ne? Ja, ja. Weil, er sagt einfach nur eiskalt, okay, ich will das so formulieren, aber da fehlt noch diese Seele noch ein bisschen. Vielleicht kommt das irgendwann mal so, GBTT 5.0 mit Seele. Genau, und so weiter, so. Genau, dann, also, Buchkabber ready gemacht und Vertrieb dann hingeschickt und so weiter, ausgedruckt und so. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist Buch veröffentlicht, jetzt werde ich Spiegelbessler, jetzt habe ich es geschafft. Du hast gemerkt, jetzt fängt es erst an. Richtig, dann so die ersten zwei Monate und so weiter, so drei Bücher verkauft. Das ist dieses, wenn du Musikvideo liest, Bruder, drei Klicks. Wie, ich bin kein Superstar geworden über Nacht. Warte mal kurz. Und diese zwei Bücher, Schwester. Ich schwöre es dir. Das ist dieser Moment, wo man anfängt, Marketing zu entdecken. Aber nicht vergessen, ich hatte Schulden gehabt. Ich habe 1500 Euro ausgeliehen. Ich musste die zurückzahlen. Das ist ja Maximum-Minus. So, das war Minus des Grauens. So, ich dachte so, okay, was mache ich jetzt so? Okay, ich gehe wieder Minus. Ich lade mir wieder Geld von Schwester und habe meine eigenen Bücher eingekauft. Über Amazon. Das waren ungefähr so 20, 30 Stück. Du müsstest uns vorstellen, das Buch hat 9,99 Euro gekostet. Um Bewertungen zu schreiben? Nee, nee, nee. Um die einzukaufen und zu verteilen. Ich bin dann nach Hamburg gefahren, Berlin gefahren. Und ich habe damals in Stuttgart gelebt und habe dann angefangen, einfach so Leute, wo ich denke, die könnten vielleicht mein Buch mögen. Also hauptsächlich muslimische Damen, Kopftuch und so weiter. Habe ich mein Buch so in die Hand. Dann habe ich gesagt, hey, guck mal, ich bin ein junger Autor, wenn du Lust hast, du hast mein Buch, ich soll nichts dafür tun und so weiter. Leste das einfach durch. So verschenkt. Verschenkt, genau. Oh, süß, ja, höre ich mir an und so weiter. Lese ich mir durch und so. Und dann, das, was ich gemacht habe, habe ich gesehen, es hat auf jeden Fall gefruchtet, weil unter den Leuten, die ich verteilt habe, waren auch damals Influencer gewesen. Damals Instagram wurde groß, Snapchat wurde groß und so weiter. Und dann haben die Leute das Buch zu Ende gelesen und das hat die maximal geflasht. Dann haben sie das gepostet, hey, ich habe dieses Buch hier. Das war dann quasi automatisch Werbung. Richtig, genau. Du hast quasi Influencer-Werbung gemacht, ohne dass du es richtig groß hast. Richtig, ganz genau. Ich habe Influencer sozusagen entdeckt, ohne dass ich die entdecken wollte. Und damals waren die Influencer ja noch cool. Die haben einfach gepostet, ohne dass sie was verlangt haben. Die hatten damals 10.000 K, 15.000, 20.000 Follower gehabt und die haben einfach aus Spaß gesagt, ich dachte, ich mag das. Heute musst du ja bei 5.000 Follower musst du schon zahlen und so weiter. Ja, ja, nochmal. Genau, wurde das gepostet, gepostet und dann irgendwann mal kam dann der Hype, so im Dezember, Januar, Februar und so weiter. Gefühlt überall waren meine Bücher und die vertreten und so weiter. Gepostet, gepostet. Und irgendwann mal aus zwei Büchern wurden irgendwann mal dann 200 im Monat, 300, 400, 500 im Monat. Und dann kam dann Teil 2, also bis die Liebungsfindet Teil 2 geschrieben, auch durch die Decke gegangen. Dann kam irgendwann mal Teil, nee, vor Teil 3 habe ich dann gemerkt, dass viele Frauen, dadurch, dass ich halt sehr viel über Liebe geschrieben habe und so weiter, sehr viele Frauen angefangen haben, mich über Liebe zu fragen. So, nee, mein Freund schlägt mich, mein Freund betrügt mich, mein Freund macht dies. Oha, bist du dann auch noch Ding geworden, so beratermäßig? D-Doktor. Richtig, ein richtiger D-Doktor. Wie hieß der Film von Will Smith nochmal? D-Doktor, oder? Nee, der Hitch, Hitch, Hitch. Ja, genau. Ja, so, so. Jedenfalls, ich habe dann irgendwann mal gedacht, hier, guck mal, es wird mir zu viel, diese ganzen Antworten und so weiter. Wisst ihr was? Ich schreibe euch einfach ein Buch, da beantworte ich alle eure Fragen. Und ich kann mich erinnern, ich hatte dann Urlaub gehabt, zwei Wochen und habe dieses Buch dann, diesen Ratgeber in zwei Wochen geschrieben, fertig gemacht, wieder Buchcover. Und damals habe ich so gesagt, okay, ich will maximale Qualität haben. Und dann habe zum Glück damals, krass, dass ich schon damals so gedacht habe, ohne das zu wissen, und habe dann halt wirklich geguckt, okay, wo sind die Top, Top, Top Designer, wo sind die Top, Top Korrektoraten, Lektoraten. Habt ihr alle zusammengewürfelt, 3.000 Euro investiert, Buchcover ready gemacht, alles ready gemacht und habe das dann veröffentlicht. Und dieses Buch ist dann auf Platz 21. Spielgebessere Liste. Boah, geil, Alter. Das ohne Verlag, ohne Dings und so weiter. Applaus, Junge. Ja. So. So. Und dann kam... Komm, go in die Charts, Bruder. Boah, ich war damals, ich weiß nicht, ob heute immer noch, aber ich war damals der erste Afrikaner, der mit einem Ratgeber auf Platz 21. Spielgebessere Liste gefunden. Boah. Ich weiß nicht überhaupt, ob der überhaupt der erste Schwarze, der einen Ratgeber, auf jeden Fall so, ich habe bis dato noch nie einen Schwarzen gesehen, der einen Ratgeber rausgebracht hat, der überhaupt auf die Top-Liste geschafft hat. Und das ist, ich sage das immer mit einem lachenden und mit einem weinen Augen, weil ich bin nur auf Platz 21 gelandet, was schon sehr, sehr krass ist, aber wirklich auf Top 20 gelandet, wäre ich einfach auf diesen Chart, wo jeder Buch handelt. Und die hätten das safe überall Werbung gemacht und ich wäre dann auch in diesen Regalen gelandet und so weiter, aber vielleicht war das auch nicht für meine Zeit, weil ich habe ja, wie ich schon vorhin erzählt habe, mit Geld und so weiter. Wann war das? Das war im Jahr 2018, 2018, 19 müsste das gewesen sein. Ich glaube, 2018. Genau, und ich habe dann so gesehen, ich habe immer Berichte von meinem Vertrieb bekommen und so, und da sehe ich so, England hat eingekauft. Italien hat mein Buch gekauft und so weiter. Das übersetzt dann einfach? Nein, 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 das waren halt so, zum Beispiel, es gibt ja Buchhandel, zum Beispiel in London, die auch so deutsche Bücher veröffentlichen. Die gucken sich immer so die Top-Listen an. Die sagen, oh, das ist auf Platz 21, könnte auch Interessant sein für die Leute in London und so weiter. Und dann haben sie das auch so eingekauft und so weiter. Und dann habe ich dann angefangen, maximal Geld zu verdienen. Also das war, du musst dir das vorstellen, wenn du auf Platz 21 der Spiegel-Bestseller-Liste landen möchtest, musst du mindestens 2000 Bücher am Tag verkaufen. Oh, was? So. Und damals habe ich verdient pro Buch zwei, zwischen zwei und drei Euro. Jetzt konnte ich mal ausrechnen. Das ist heftig. Das ist schon eine krasse Summe im Monat. Und dann kam dann so die erste richtige Summe auf einmal, bumm, auf mein Konto. Und das war wie eine Droge, so, du nimmst du erst mal Kokain, so. Und ich war so, ich dachte, okay, ich kann mir alles kaufen, was ich will auf dieser Welt. So, ich dachte, wenn ich Lamborghini kaufen möchte, ich gehe. Ich gehe. Wenn ich Ferrari kaufen möchte, ich gehe kaufen und so. Und das hat, also es war wirklich wie so eine Droge. Und ich habe irgendwann mal diesen, diesen, ich weiß nicht, diesen Charakter entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, Geld ist mir scheißegal, ich kenne jetzt meine Kindheit nach, was ich niemals haben konnte, was ich niemals kaufen konnte. Angefangen von, nur noch erste Klasse bin ich gefahren. Also Zug, wenn ich meine Eltern besucht habe, zweite Klasse. Warum? Ich bin maximal reich, ich kann noch nicht zweite Klasse fahren, wie diese anderen Leute. So. Ich wiehe nicht unter diesem anderen Volk. So, ich möchte jetzt so. So, das sind diese kleinen, das sind diese kleinen Arme. Was ist diese Mittelschicht? So, so, ich gehe nicht dahin. Lass mich. Mach mal rote Teppich, wenn ich in die IC stehe. So. Lass mich. So, ich bin dann erste Klasse gefahren, so, die kamen immer so mit Nüssen und so weiter. Du hast immer erste Klasse. Lüsse, wo ist mein Kaviar? So. Wo ist mein Champagner? Nimm mal diese Wasser weg. So, und essen gegangen, immer teure Restaurants. Ich habe auch dann ein Jahr lang nicht mehr gekocht bei mir zu Hause. Ich habe mir nur Essen bestellt und Essen gegangen. Krass. Boah, das geht auch gut aufs Portemonnaie, Alter. Natürlich. Essen ist das teuerste. Natürlich. Aber gleich kommt noch der ganz große Skandal oder der ganz große Fall, bevor ich dann wieder nach oben gegangen bin. Jedenfalls, ich habe ausgegeben, ausgegeben und das Buch überall war Hype. In Florenz haben meine Bücher gepostet. Schaffverkauf, Verkauf, Verkauf, Verkauf. Und dann kam das Jahr 2020, nicht, 2019 noch. Brief kommt nach Hause. Finanzamt. Ach so, Finanzamt, äh, Mannheim. Damals bin ich nach Mannheim gezogen. Ja, so auf meiner Sprache jetzt. Oh, wir haben gesehen, du hast verkauft. Aber wo ist der Teil von uns? Wo ist unser Schutzgeld? Wo ist unser Schutzgeld? Was, seit 2016, du hast gut gelebt. So. 2016 bis 2018 habe ich keine Steuern gezahlt. Oh shit, Bruder. Bruder, damit ist nicht zu scherzen bei Finanzamt. Und ich hatte, keine Ahnung, ich habe kein Gewerbe angemeldet. Ich habe kein, was für Steuererklärungen gemacht und so weiter. Ich hatte kein Wissen von Steuern, nichts. Und dann, ich google so, ja, Finanzamt bezahlt, was tun? Schon zu spät. Ich glaube, es gab kein Chetty, GPT oder wie das heißt und so weiter, dass du da googeln kannst, also schreiben kannst, was du tun musst. Du hast so gegoogelt und so weiter. Ich stand da so, ja. Guck mal, wenn man schon darüber reden muss, damals musste man googeln. So, wenn das so alt ist. Aber ehrlich. Aber das ist krass, Bruder, dass dir das gar nicht auf Schirm war, dass du sagst, ey, ich muss ja irgendwann Steuern zahlen. Bro, du bist jung, du hast so erstmal Geld, du denkst nicht an, du musst abdrücken, das ist doch dein Geld. Du dachtest, du hast hart dafür gearbeitet. Guck mal, ich habe das Buch für 9,99 Euro verkauft und ich habe 2 bis 3 Euro verkauft. Ich dachte, diese 7, 8 Euro, die ich abgebe, habe ich schon abgegeben. Das ist ja schon steuermäßig und so weiter. Also ich habe mein Teil schon abgegeben. Lass mir doch diese 2 Euro. So habe ich gedacht. Jedenfalls, ich gehe so zum Steuerberater, so ich stelle mich vor und so, der so, ja, Steuererklärung für 2018? Nein, nein, gar nichts. Ganz am Anfang. Boah, Dings noch. Okay, hast du eine Steuernummer? Was ist das? Oha, ich habe keinen Gewerbeschein. Ich habe nichts angemeldet. Erstmal back to the route, ich musste einen Gewerbeschein anmelden. Da habe ich eine Steuernummer bekommen und dann kamen diese ganzen Steuererklärungen und so weiter. Ich hatte eine Steuernachzahlung von knapp 13, 13, 14.000 Euro. Geht der noch? Moment, Moment. Es gab noch einen anderen Fall, den ich nicht kommen sah. Mein Vater hatte vor ungefähr, ich muss sogar lachen, wenn ich das erzähle, vor 10 Jahren hat er einen Laden aufgemacht über meinen Namen. Ach du Scheiße, ey. Er hat vergessen, Umsatzsteuer zu zahlen. Wow. Und in Deutschland ist es so, es muss nicht sein, dass Sie sich heute daran erinnern. Es kann sein, dass Sie 10, 20 Jahre später kommen. Ja. Da kam dieser Brief auch noch an. oder? 8.000 Euro Umsatzsteuernachzahlungen mit denen zusammen. So, und jetzt kommt es, mein Steuerberater sagt, ja, ich habe gesehen, die haben in den letzten Jahren sehr, sehr gut verdient. Das ist für mich, er dachte, das ist für mich kein Problem, ich bezahle, die Sache hat sich erledigt. Ich hatte nur noch ein Konto, lass mich nicht lügen, 9.000 Euro, 10.000 Euro und ich hatte irgendwie Schorstunden von, was weiß ich, 17.000, 15.000 Euro. Das bedeutet, das ganze Geld, was ich damals verdient habe und das waren von 2006 bis 2019 waren das, was ich verdient habe, knapp 90.000 Euro mit meinen Büchern. Alles weg. Boah. Ja. Ja, Mann. 90.000 Euro habe ich verbrannt. Ich finde komisch, Bro, dass man in Deutschland nicht mal, wenn man irgendwie Business macht oder so, wobei, du hast ja nicht mal Gewerbeamt gemeldet, ich küsse dein Herz. Das hätte man wenigstens machen können. Wenn du Gewerbe angemeldet hättest, kriegst du ja nicht mal so richtig, du weißt nicht, wie du Buchhaltung machst, du weißt gar nichts, du musst dir alles irgendwie selber beibringen und es gibt nicht mal so jemand, der sagt, ey, guck mal, du hast Gewerbe aufgemacht, so herzlichen Glückwunsch. Richtig. Ich nehme dich mal in der Hand und zeige dir mal, wie du Buchhaltung machst, was ein guter Steuerberater ist, brauchst du überhaupt einen, so irgendwie Grundkenntnisse. Ja, so eine Broschüre, hättest du ins Wasser geschmissen, so, mach selber Versuch und scheitert die ganze Zeit, bis du irgendwann auf die, bis du irgendwann laufen kannst. Richtig. Das ist schon Kacke, Alter. Aber ja. Ja, und dann hieß es dann, Steuerschulden, Steuerschulden, jetzt kommt das Schlimme an Finanzamt oder an Steuernis. Das Finanzamt sagt, okay, herzlichen Glückwunsch, schon uns 15.000, 17.000 Euro. Wir haben aber gesehen, sie haben in den letzten Jahren, lass es im Durchschnitt 20.000, 30.000 Euro sein, wir schätzen jetzt, was du im Jahr 2019 verdienst. Und jetzt musst du auf diese Schätzung Vorsteuer zahlen. So. Da sind dann pro Quartal waren das bei mir knapp 1.500, 2.000 Euro, die ich jeden dritten Monat noch zusätzlich zahlen muss. Vorzahlen. Vorzahlen muss von den Steuern, die ich noch offen habe. So. Und dann kam der große Fall von mir. Von ganz reich. Also finanzieller Fall. Richtig, finanzieller Fall. Was hast du dann gemacht? Da musst du auf jeden Fall erstmal Lebensstandards umstellen wahrscheinlich. Erstmal komplett gucken. Ne, ich bin geflohen. Ich hab das Geld schnell rausgeholt und so weiter. Bruder, wenn du Scheiße baust, hau ab. So. Ich hab gesagt, okay, ich hol erstmal das ganze Geld raus aus dem Konto. Wie wollt mein Geld? Ich bin weg. Damals ist, jetzt hab ich damals zum Glück hab ich angefangen, ich hab damals in einer Lande gearbeitet und kam einer wo ich hab so viele Storys hatte, ich weiß gar nicht mehr wo links, rechts. Jetzt wird es richtig interessant hau raus. Damals kam ein, ich hab in einem Anzugsland gearbeitet und das war damals Storemanager gewesen und da war so ein Junge, der kam immer, der wollte immer neue Anzüge kaufen. und der hatte immer so Rolex, alles und so weiter. Ich dachte so, was macht der Junge? Der war so ein junger Dude, 21, 22 und er war immer in Dubai, Deutschland, Dubai, Deutschland, Dubai. Ich hab gefragt, was machst du? Ja, ich mach Bitcoin. Was ist dieses Bitcoin? So, das war im Jahr 2017, 18, so zwischen da, zwischen den Jahren und ich dachte so, was ist dieses Bitcoin? Ja, Bruder, du musst da mitmachen. Was ist dieses Bitcoin? Kannst du mir das erklären? Das ist sowas wie digitale Währung, Bla, 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 Blockchain und so. Ich hab das gar nicht kapiert und ich dachte, das wäre so ein Scammer. Er hat gesagt, na Bruder, du musst da mitmachen und du siehst ja, er hat ja irgendwo Geld. Er hat ja bei mir ein paar tausend Euro. Das funktioniert ja irgendwie. Und er hat zu mir gesagt, guck mal, ich zeig dir die Plattform, tu einfach immer so ein bisschen Geld rein und Gott sei Dank hab ich damals gesagt, guck mal, ich hab diese paar Cent und die paar Cent waren damals schon diese 800, 900 Euro und so weiter. Ich pack die einfach rein. Ich kaufe mir Bitcoins, ich kaufe mir Bitcoins. Ich hab angefangen damals mein Rest, Geld und so weiter in Bitcoins reinzupacken. Und damals war Bitcoin bei 500, 800 Euro. Reingetan, reingetan, reingetan. Also bist du jetzt mit Bitcoin Millionär? Nein, 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 nein. Aber du hast schon anscheinend einige Bitcoins schon geholt. Ja, auf jeden Fall. Stark. Wir haben ja mit so 200 Bitcoins eine Pizza bezahlt oder so. Ja, es gibt ein paar Jahre davor. Gänzt du diesen Typen? 10.000, 10.000 Bitcoins und so weiter hat er eine Pizza bestellt. Der wäre heute 700 Millionen Euro wert, der Typ. Oder sein Vermögen. Jedenfalls hab ich dann angefangen, also die ganzen Sachen rauszuholen, so Bitcoins und so weiter. Und damals hab ich mich auch so ein bisschen mit Bitcoins immer tiefer und tiefer bepasst und hab mir eine Cold Wallet geholt. Digital rausgeholt, in ein Cold Wallet reingepackt und so weiter. Was ist eine Cold Wallet? Cold Wallet ist, es gibt dieses Hard Wallet, das ist, wenn du die Bitcoins in einer App drin hast. Es gibt diese Cold Wallet, wo du das komplett rausziehst aus Internet und packst es in einen Stick rein. Du kannst da maximal so viel reintun, wie du willst. Du kannst zum Beispiel in einen Stick 200 Millionen Euro haben. Kannst in ein Flugzeug einsteigen, irgendwo in Dubai aussteigen. Wenn du den Stick verlierst, weg. nicht unbedingt. Dann hast du so diese Seeds, nennt sich das? Ne, nicht Seeds. Ich weiß jetzt nicht, ich hab jetzt nicht den korrekten Wort dafür. Auf jeden Fall, du hast diese Wörter und wenn du zum Beispiel deinen Cold Wallet verliest, kannst du das wieder recovering machen, also recovering machen mit diesen Wörtern. Das ist wie so ein Key. Wenn du beides verliest, hast du natürlich die Arschkarte. Das ist schon ein krass Dings, Bruder. Und ich hab meine Wörter, meine 24 Wörter, hab ich in einen Dings gestampft, in einen Stahl-Dingsbums. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall ist es eingraviert. Ah, okay. Genau, und das hab ich da in einen privaten Ort rein, also im Bunker. Also so gesteckt quasi, dass du immer da Zugriff hast. Okay, stark. Genau. Krass, Alter. Heftig. Und Wallets ist schon ein Film, ne, dass du zum Beispiel auch so Geld sehr leicht irgendwo hinbringen kannst. Richtig, ganz genau. Und dann hab ich dann die ganzen Gelder dann geschützt und so weiter. Klar, aber im Finanzamt ruht ich trotzdem. Aber auf den und so weiter angerufen, telefoniert, Steuerberater. Und ich hatte dann einen sehr, sehr korrekten Steuerberater, muss ich sagen, der auch sehr viel gemacht hat. Weil dieser Steuerberater war zufälligerweise auch damals mein Kunde gewesen, der bei mir Anzüge gekauft hat und der war schon maximal reich und so weiter. Der dachte so, okay, komm, ich helfe den Jungen einfach so, weil er mich auch sympathisch fand und so. Und der hat mich irgendwie da gedribbelt, dass ich dann halt jeden Monat irgendwie 500 Euro zahlen musste, nur in Aferstrichen. Und dann, genau, kam dann 2019, wo ich dann Geld rausgenommen habe, zu meiner Mutter geflogen bin. Dann kam der zweite Fall, wo ich dann diese Armut erlebt habe mit meiner Mutter und dann hab ich gesagt, okay, ich muss mein Leben komplett ändern. Weil Gott hat mich schon gezeigt, so, hey, guck mal. Chill war dein Arsch. Ja, chill, du hast gelebt, als ob du was weiß ich wärst. Ja, Mann. Du warst zu arrogant, du dachtest, du bist jetzt der König und so weiter und das hat mich so wieder auf den Boden geholt. Und genau, dann hat sich irgendwann mal nichts mehr gehabt, also das andere Geld nichts mehr gehabt. Und genau, dann kam die Corona-Zeit, Bücher haben sich gar nicht mehr verkauft. Und dann kam dann 2021, dann die goldene Zeit wieder, wo ich dann angefangen habe, dann auch viel mit dem Islam, weil ich dachte, okay, der Glaube wurde bei mir auch immer stärker und stärker. Dann hab ich gesagt, hey, Liebe ist schon gut, aber ich möchte mich auch mehr um meine Religion jetzt kümmern und hab auch einfach dann die Liebe zu Religion entdeckt und darüber dann... Du bist auch konvertiert, ne? Du warst voll christlich. Genau, 2016. Ich hab gesehen, die letzten Bücher waren auch alle so in die Richtung mehr religiös und so weiter. Genau, aber das ist doch, also ich wechsle wieder zu anderen Richtungen, also das heißt nicht, dass ich nie wieder solche Bücher schreibe, aber als Künstler irgendwann mal, du hast gesagt, okay, du hast jetzt fünf Bücher über deine Religion geschrieben. Genau, jetzt will ich auch jetzt mehr autobiografisch jetzt wieder was schreiben. Ich bin auch nebenbei auch Ghostwriter, das bedeutet, ich schreibe auch Bücher für andere Leute und das nimmt natürlich auch sehr, sehr viel Zeit und so weiter. Was nimmt mehr Zeit? Ghostwriting oder selber schreiben? Was ist mehr Zeit? Nee, auf jeden Fall Ghostwriting. Ja? Ja. So prozentual? Ja. Es kommt immer darauf an, was du... Nee, nee, sorry, ich muss die Frage korrigieren, die Antwort korrigieren. Es kommt darauf an, was du schreibst. Wenn jemand jetzt kommt und sagt, hey, guck mal, ich möchte zum Beispiel jetzt einen Roboter, Roman schreiben, das schreibe ich dir in einem Monat fertig. Biografisch wahrscheinlich schwieriger, glaube ich, ne? Ganz genau, weil wenn du jetzt kommst und sagst, hey, ich habe etwas Krasses erlebt und ich möchte, dass du über mein Leben schreibst, dann musst du so vorstellen, okay, ich setze mich mit dir hin und muss ich erst mal als Menschen kennenlernen. Wer bist du? Was willst du? Was für eine Geschichte hast du? Und viele machen den Fehler, dass sie sagen, ich habe ein krasses Leben, aber nur weil du ein krasses Leben hast, heißt das nicht, dass du eine krasse Geschichte hast. Das sind zwei Paar Schuhe. Du kannst ein krasses Leben haben, aber dieses krasse Leben muss nicht unbedingt eine krasse Geschichte sein oder sich als Geschichte verkaufen können. Ich bin dafür da, um zu sorgen, okay, wie viel Wahrheit können wir da reinbringen, damit es so eine Geschichte wird. Ach so, wie kann man das auch so machen, dass es in der Geschichte funktioniert? weil wenn du einen Film drehst über wahren Begebenheit, du kannst das nicht eins zu eins übernehmen, weil es gibt Phasen, es ist langweilig, es gibt Phasen, es ist zu krass, es gibt Phasen, das juckt niemanden und so weiter. Also du musst das halt so biegen, dass es zwar immer noch auf wahren Begebenheit ist, aber es muss halt auch unterhalten. Und deine Spannungskurve, dies und das. Und das ist immer die Frage, willst du damit Geld verdienen? Wenn du Geld damit verdienen möchtest, okay, dann müssen wir uns zusammen hinsetzen, müssen streichen, müssen manche Sachen noch dazu erfinden, ist auch sehr wichtig, weil es gab zum Beispiel für jemanden, da habe ich ein Buch geschrieben, da hatte er in der Szene was ganz krasses erlebt und so weiter, dann habe ich gesagt, okay, damit das ein bisschen spannender klingt und so weiter, lass uns da nicht mehr sehen, lass uns mehr nehmen, lass uns Regen ein bisschen machen, lass uns ein bisschen Blitz darüber machen, dann klingt das ein bisschen dramatisch, so mäßig, aber Kernpunkt ist trotzdem immer noch die Wahrheit und so weiter, was er erlebt hat, so mäßig, muss ich euch vorstellen. Und wenn ich dann halt ein Buch für jemanden schreiben möchte, dann nehme ich meistens immer meinen Recorder und lerne diesen Menschen dann ungefähr so für zwei, drei Monate kennen, das bedeutet, ich stelle ihn Fragen oder wir telefonieren per Festarm und erzähle mir einfach über sein Leben und nebenbei schreibe ich immer alles auf. Ich schreibe ihn auf und am Ende habe ich einen Blog und das ist ein Puzzle und aus diesem Puzzle mache ich jetzt eine Konstruktion, also baue ich jetzt die Geschichte, okay, was ist am besten, also wo können wir am besten anfangen, wo ist die Mitte, was ist das für eine Reise, weil in einem Buch muss es immer eine Reise sein, das bedeutet, der Mensch muss im Buch eine Wandlung durchleben. So eine Entwicklung. Eine Entwicklung, genau, sonst macht die Geschichte keinen Sinn. Ich habe auch mal so Story, es gibt ja diese berühmte, ich weiß nicht von wem, das ist diese Spannungskurve oder diese, dass du einen Charakter hast, der ist in einer Situation, dann will der aber was anderes, dann geht der durch diesen Tal, durch Struggles und ändert sich aber am Ende, dann ist da ja auch jemand anderes und er erreicht vielleicht ein Ziel dieses. Wahrscheinlich ist das immer so eine ähnliche Storyline. Immer gleich. Jede Geschichte ist immer gleich. Das beste Beispiel ist Findet Nemo. Eigentlich Findet Nemo, wisst ihr eigentlich, wer der eigentliche Held bei Findet Nemo ist? Nicht Nemo, sondern der Vater. Echt? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, die Schreie in deinem Kopf, aber... Nemo ist ja verschwunden und der Vater war immer ängstlich gewesen. Ja, genau. Der immer gesagt hat, alles vorsichtig. Bleib zu Hause. Bleib zu Hause. Zum ersten Mal musste er raus und in eine neue Welt eintorgen. Musste seinen Sohn suchen. Und er war sehr ängstlich und am Ende des Tages ist der ja mutig geworden, hat sich verwandelt. Und deshalb sage ich, Anke, Findet Nemo ist das beste Beispiel, dass, wo man denkt, das ist der Hauptcharakter, ist nicht dieser Nemo, sondern der Vater. Der hat die Geschichte. Das ist der orange, ne, der Nemo? Sorry, der Vater ist orange oder blau? Nee, der Vater ist blau. Nee, der Blau war diese Freundin von Nemo. Ja, genau, ich glaube, der ist auch orange. Ich kenne den Film so gut, Bruder. Ich habe den, glaube ich, von CDA. Ich kenne den gut. Der Nemo war maximal gut. Der Vater war auch so ängstlich, weil Nemo hatte eine kleinere Flosse als die andere. Der ist quasi mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Deswegen durfte der sich nicht immer so frei bewegen. Was geht bei euch? Aber Nemo, wo der in diesem Zahnarzt-Ding ist, in diesem Aquarium, wo der da ausbricht, Bruder findet Nemo war anders. Aber das ist schon krass, wenn man diese Storyline im Kopf hat, dann sieht man, glaube ich, auch nochmal Bücher und Filme und so. Das sieht man mit anderen Augen. Jedes Buch, was du liest, hat immer eine Entwinklung, muss eine Entwinklung sein. Und bei Geschichten oder bei Personen gibt es zwei Herausforderungen. Es gibt die, oder besser gesagt, du musst in deiner Geschichte, muss derjenige einen Konflikt haben. Und der Konflikt ist meist, also kann entweder von innen kommen, inneren Bereich oder äußerlich. Entweder du möchtest jemanden heiraten und die Eltern haben was dagegen. Äußerliche Konflikt. Oder du möchtest jemanden heiraten, aber du findest daraus, du bist schwul. Inneren Konflikt. Am besten ist, wenn du, so. Das wäre schon falsch. Oder du hast, du mir das verkneift, eigentlich, oder du, der auch traust. Ich versuche, so nach Erden zu bleiben. Oder du hast beides, also inneren und äußeren, äußerlichen Konflikt und dann hast du maximal gewonnen und so weiter. Und damals, als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich über mein Leben geschrieben. Und ich hatte schon damals, ich weiß nicht warum, ob das Zufahrt, Talent war, Talent mag ich nicht so das Wort, aber wahrscheinlich einfach Glück gehabt, sage ich mal so, dass ich schon so geschrieben habe, dass ich als Junge, der schüchtern war, gehänzelt worden ist, dann eine Verwandlung gemacht habe, als der Junge, der Frauen abgeschleppt hat, angefangen hat, Alkohol zu trinken und so weiter, bis zu einer Phase, wo ich nicht mehr ging, wo ich tief gefallen bin und dann wieder eine neue, also ich wurde zu einem neuen Mensch. Also du hast dieses Konstrukt, hast du eingebaut, ohne dass du es richtig läufst? Richtig, ganz genau. Und das war, glaube ich, dieser Breakdown oder dieser Punkt, wo die Leute dieses Buch gefeiert haben. Ich war als schüchterner Junge, da wurde ich zum totalen Arschloch und ich kann mich erinnern, wo Frauen mir geschrieben haben, ey, ich habe dich in der Mitte dieses Buch so gehasst, du hast Frauen verarscht, du hast dies gemacht und so weiter und am Ende tat es mir so leid und so weiter. Also du hast schon gemerkt, du hast die Leute maximal emotional abgerüttet. Stark, stark, stark. Und genau, das, was ich gelernt habe, im Bücherschreiben und so, das habe ich dann halt, also das nehme ich dann halt, wenn ich ein Buch über jemanden schreibe, nehme ich das dann, grafe ich das dann auf. Okay, ey, krass. Oh, geil. Lass mal auch ein Buch schreiben. Ich glaube, voll anstrengend, so ein Bucherschreiben. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, es ist schon Kopfschmerzen, weil es gibt... Wie lange brauchst du so für ein Buch jetzt, wenn du ein Buch selber schreibst? Selber? Es kommt immer darauf an. Also ich schreibe einen Liebesroman und ich weiß schon, also meistens weiß ich schon das Ende, also nicht meistens, ich weiß schon, wie es endet und dahin arbeite ich mich. Wenn es eine Geschichte ist, die mich so gepackt hat, wo ich sage, boah, das ist eine krasse Geschichte, dann bin ich sehr schnell, also da brauche ich schon drei bis vier Wochen. Ich da zu Ende geschrieben habe, wenn es ein Ratgeber ist, brauche ich ein bisschen länger, weil da musst du aufpassen, rechtliche Sachen und so weiter. Da musst du auch selber recherchieren und so weiter. Da braucht es schon ein bisschen länger und wenn es eine Autobiografie ist, so zwei, drei Monate. Vielleicht erzähle ich ihm diese Psychopathengeschichte von mir, da hat er neue Inspiration. Ja, wo holst du deine Inspiration, wenn du solche Geschichten hast? Also vom normalen Leben, Filme oder... Zum Beispiel, ihr könnt mir was erzählen, dann denke ich mir so in den Kopf, krass. Das könnte man vielleicht verwerten, so auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich schreibe ich ein Buch, über ein syrisches Paar, Liebespaar, im Krieg auseinandergegangen. Die eine hat es in Deutschland geschafft und der eine nicht und der ist irgendwo verschwunden und sie sucht über Facebook, Instagram ihn und so weiter. Boah, voll anstrengend. Das Mädchen ist aber schon verheiratet und irgendwann mal sieht sie ein Bild auf Facebook, so Flüchtlingsheim und so weiter und sieht ein Bild von ihm. So, jetzt macht sie sich auf Besuche, aber der hat das innere Konflikt. Genau, sie ist eigentlich verheiratet. Hat den Konflikt mit dem neuen Mann dann wahrscheinlich. Richtig, äußerlich, also äußerlich Mann und schon verheiratet und so weiter, innerlich und so weiter. Du bist, ne, du liebst diesen Menschen aber immer noch und so. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Durch diesen ganzen Konflikt kommt dann diese Spannung, dass du sagst, ey, wie will der das jetzt lösen? Richtig. Und im Buch, also wenn du ein Buch schreiben möchtest, musst du bei den Lesern zwei Fragen erzeugen. A, wie würde ich reagieren? Was würde ich tun? B, wie geht es aus? Ja, das Ende muss immer das Ziel sein. Richtig. Wenn der Leser am Ende wissen möchte, wie es funktioniert, äh, was am Ende passiert, dann hast du den. Ja. Ja, voll. Deshalb ist es auch so, meistens immer so bei meinen Büchern, ist es so, dass ich bei jedem Kapitel das so zu Ende schreibe, dass die Leute sagen, okay, was passiert im nächsten Kapitel? Cliffhanger. Genau, Cliffhanger. Funktioniert sehr gut bei Büchern. Ich finde, sowas kann ja Netflix auch sehr gut. Ja. Die machen das geil in Serien. Ja. Das ist brutal. Und ich finde sowas auch in Podcasts eigentlich gut. Also ich höre mir zum Beispiel so True Crime Podcasts hin und wieder auch mal an und da hast du ja auch dieses, du willst, am Anfang ist es eine Situation und du willst wissen, wie am Ende des Tages das ausgegangen ist, weil du weißt, es wird ein Drama, es wird eine Katastrophe, so irgendwas wird komplett am Arsch gehen. Irgendeiner wird sterben oder irgendwas wird kaputt gehen, aber du willst wissen, wie ist das passiert und so und du willst auf jeden Fall das Ende wissen. Genau. Und das dieses, die Leute am Anfang packen zu können, ist glaube ich das, was wichtig ist, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sollen wir mal ein bisschen über die Autorin oder die Buchindustrie reden? Also wenn du jetzt ein neuer Künstler wärst, weil du hast ja jetzt schon dein Bein in der Industrie, in der Szene, du bist schon ein Teil davon, du hast deine Aufträge, die du machst. Wie würdest du versuchen reinzugehen, wenn du jetzt, sagen wir mal, ich will jetzt auf einmal Künstler, ich will Auto werden, so. Ich sag, ich kann gut schreiben. Gibt's da irgendwas, so einen Weg, wo du sagst, so will ich das heutzutage machen? Also, es kommt immer darauf an. Weil es ist schwierig, oder? Als Autor, ich kann mir vorstellen, hat man eine gute Plattform so aus dem Nichts? Noch leichter, also heute ist es noch leichter als früher. Ja? Okay. Also wenn du eigentlich Autor werden möchtest, jetzt ist die beste Zeit. Ja? Ja. Noch leichter ging's nicht. Also bei mir, zu damals eine ganze Zeit, war es hardcore schwer. Okay. Sehr schwer. Heutzutage, du machst YouTube, schreib ich Bücher, gehst du 30.000 Videos. Aber wie vermarktet man das? Also wie wird man ein erfolgreicher Autor? Nicht wie wird man ein Autor an sich? Das ist schwer zu sagen, weil um erfolgreich zu sein, brauchst du ein erfolgreiches Buch. Damit fängt es das mal an. Ach, okay. Krass. Stark. So. Ähm. Und. Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Buch, also, also ich mach ja Musik, ne? Und bei Musik ist es ja schon so, dass du eigentlich nur reinhören musst, dann wüsstest du, ob es gut ist oder nicht. Also du müsstest 10, 20 Sekunden opfern, dann weißt du eigentlich, es ist gut. Bei einem Buch, ja, musst du ein paar Seiten lesen. Manche Bücher sind ja die ersten 20 Seiten schon so schwierig, bis du das mal verstanden hast, dass das krass ist, das Buch, müsstest du vielleicht sogar komplett durchlesen. Nicht unbedingt. Es gibt, ähm, Pricks, wie du am Anfang eines Buches, also wie du beginnen kannst, ja. Dass du schon den Zuschauer schon maximal abholst. Okay. Es fängt immer damit an, dass du, das erste Satz, ist das Allerwichtigste bei einem Buch. Die erfolgreichsten Bücher haben am Anfang immer den krassesten Satz gehabt. Echt? Ja. Wie machst du die Gedanken über den ersten Satz? Ist das schon sowas, wo du sagst, das muss knallen? Ja. Also meistens ist es ja so, du liest etwas, du denkst so, what the fuck? Also zum Beispiel, so nebenbei schreibe ich noch ein anderes Buch über die Lebensgeschichte meiner Mutter und der erste Satz fängt damit an, ich sitze in der Küche und meine Mutter lächelt und sagt, ich hätte dich fast umgebracht. Oh, wow. Direkt so mittendrin jetzt. Verstehst du? Du siehst zum Beispiel, du bist in der Bücherei oder was weiß ich, im Buchhandel und du liest diesen ersten Satz. Das ist okay. Warum sagt er das? Was ist los? Du liest automatisch weiter. Okay, okay. Das ist nicht langweilig. Das ist direkt jetzt los. Genau. Also du musst schon, also es muss nicht was mit Tod sein, es kann auch was Lustiges sein, zum Beispiel. es kann auch was Beleidigendes sein und so weiter. Zum Beispiel bei dem Buch von Stephen King, wo dieser Junge alles in Flammen setzt und so weiter. Nee, nicht noch. Ich habe keinen Stephen King gelesen, aber der hat halt diese radikalen Romane. Genau. Bei jedem Buch fängt es immer mit einem krassen Satz an. Zum Beispiel bei einem Buch sagt er, du kleiner Bastard, Junge. Einfach so Beleidigungen. Einfach beleidigend. Und das ist schon für den Zuschauer, was geht ab? Action direkt. So Action und so weiter. So beleidigend diesen Jungen. Also du musst den Zuschauer schon, irgendwo abholen und dann fängt dann die Geschichte dann an. Und es gibt dann halt, ich sage das immer so, wenn du einen Tisch bauen möchtest, gibt es bestimmte Schrauben, bestimmte Sachen, die du nutzen kannst, um ein Buch erfolgreich zu machen. Und es gibt so Statistiken, was erfolgreich ist und was nicht. Zum Beispiel, wenn du ein Buch schreibst, sind so vier, fünf Sachen, die in einem Buch sein müssten, damit dieses Buch eine Wahrscheinlichkeit, also eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass es erfolgreich wird. Und zwar die allererste ist, Hauptcharakter muss einen Beruf haben. Zuschauer, also Leser lieben ist, wenn jemand einen Job hat. Ob das ein Chemiker ist, ob das ein Busfahrer ist, ob das und so weiter. Echt? Ja. Das ist ja voll die komische Statistik, Alter. Ja, ja, also die lieben ist das Berufe, die können sich damit identifizieren, weil jeder von uns arbeitet und du liest das gerne, wenn andere, und vor allem, wenn das besondere Berufe sind, wie Chemiker zum Beispiel oder was weiß ich, ich bin Soldat und so, Läzis und so weiter, so Jobberufe. Zuschauer leben, lieben ist häusliche Geschichten zu hören, also alles, was in Haus hat passiert. Genau, was privat passiert und so weiter. Du erlebst in drinnen, in einer Familie, was sie kochen, was sie beraten. Deshalb sind auch die erfolgreichsten Bücher aller Zeiten, es passiert sehr viel im Haushalt. Erinnere dich an Harry Potter, Harry Potter zum Beispiel, die ersten Szenen, wo war das zu Hause, bei denen und so weiter, Vater hat einen Beruf gehabt und so weiter. Dann das dritte, was die Leute lieben, sind Waffen und Tod. Okay. In allen Erfolgen, also nicht in allen, aber in fast allen erfolgreichen Büchern spielt der Tod immer eine sehr große Rolle. Entweder stirbt Hauptcharakter oder die Freundin stirbt oder irgendwas passiert damit. Aber der Tod ist eigentlich immer so ein Indikator dafür. Bringt so ein Drama rein. Richtig, dass das Buch eigentlich so erfolgreich macht. Also wenn du dich an diesen Punkten zum Beispiel hältst oder Technik zum Beispiel. Bücher, wo sehr viel über Technik geredet wird und so weiter, sind auch eigentlich sehr erfolgreiche Bücher. Zum Beispiel Technik bedeutet, jemand ist in der IT-Branche, jemand arbeitet in Radiostationen, also wo du viel mit Technik zu tun hast. Das sind auch sehr, sehr erfolgreiche Bücher. Okay, krass. Das sind so Zutaten, die dazu führen, dass du ein sehr gutes Buch schreiben kannst oder die könnten. Genau, das ist so wie, du hast deine Zutaten. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt gar nicht in der Szene. Also du weißt gar nicht, wo fängst du an? Also sagen wir mal, ich habe ein gutes Buch geschrieben. Wobei das ja wahrscheinlich noch das Schwierigste an dem Ganzen ist, aber sagen wir mal, du wärst ein krasser Autor, Alter. Du schreibst ein Ding und sagst, was machst du dann als nächstes? Du willst es an den Mann bringen. Genau. Es gibt, die erste Option ist, du gehst natürlich um einen Verlag, sagst, hey, mein Name ist uns und so. Das Problem ist aber nur, dass Verlage im Durchschnitt alle Sendungen, also Verlage bekommen knapp so zwischen 1000 und 2000 Sendungen pro Tag. Was? 2000 Sendungen pro Tag? Ja, ja, von Leuten, die sagen, ich möchte Auto werden. Pitches. Richtig, genau. Uh, 2000 am Tag, okay. deshalb ist es auch so, dass die als Rapper Demos kriegen. Ich will aber auch nicht wissen, wie viele Musiklebes haben. Ja, Bruder. Ich kenne wenige, also ich kenne viele Rappers, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand so, ja, ich habe hier Sony meine Songs geschickt. Oh, Bro, da gibt es eine Geschichte von der Bekannten. Die hat so, die hat bei Sony gearbeitet und hat so, kriegt immer irgendwie E-Mails oder Instagram-Nachrichten, weil das kann der so da schreiben. Ja, heute sind das Instagram, TikTok. Okay, das sind keine Dinge mehr. ist schon so ein Charakter, weil sie ist Hijabi und arbeitet bei, hat bei Sony Music gearbeitet. Da haben Leute ihr geschrieben, ey, bist du bei, bist du auch Rapperin? Bist du bei Sony Music gesigned? ja. Bis hin zu, die finden irgendwie ihre E-Mail-Adresse heraus und schicken dir so einen Link, Dropbox-Link wahrscheinlich, wo du was runterladen kannst und dazu noch, so, jetzt ist deine Chance, den nächsten, die hat mir das mal geschickt oder ich habe mich toben lassen. So, so geile Mails, so. Der hat sich richtig Mühe gegeben bei der Mail. Stark, Jetzt ist deine Chance, den Künstler des Jahres rauszufinden. Hör dir die Songs an. Und die schickt mir so ein, die schickt mir die Mail, die sagt so, hör mal jetzt in den Song rein. Auf einmal, Chip. Ich hör so den Song, ich hör so, boah, geiler Beat und ich hör wieder den Typ Rap. Ich hab auch früher gerappt und ich hab so gerappt, wo ich 17 war, hab ich nicht mal so gerappt. Aber er hat sich maximale Mühe gegeben bei der E-Mail, so übertrieben. Ich glaube, um in meinen Verlag oder in mein Label zu kommen, musst du schon irgendwie bekannt sein, oder? Als Autor, oder ist das einfach? Zwei Punkte. Also, entweder du bist ein Influencer, was heutzutage alle Verlage eigentlich, eigentlich alle Verlage machen, das heutzutage leider, muss ich sagen, so, dass sie, also deshalb will ich auch in naher Zukunft einen eigenen Verlag gründen, wo ich auch wieder auf Talente setze. Aber, die meisten Verlage, es ist halt Geld. Und viele junge Autoren vergessen, dass sie Verlage Geld machen möchten. Die haben Investoren, die wollen Geld machen, die bekommen auch ihre Prozente und so weiter. Das ist nicht mehr so wie so eine Art Liebestory, du bist ein junger Autor, die sagen zu dir, ja, komm, wir helfen dir. Die suchen keine Talente, die suchen irgendwie Money-Maschinen. Richtig. Und Money-Maschinen sind heute Influencer. Jede zweite Influencer hat ein Kochbuch, ein, was weiß ich, eine Autobiografie, ein Ratgeber und dann komme ich und sage, okay, du kannst eigentlich nicht schreiben, ich schreibe für dich dann. Okay, okay. Bist du auch mit Verlagen zusammen direkt? Ja. Okay, klar. Ich arbeite im Verlag, aber auch mit Agenturen, die mich anschreiben und sagen, hey, du hast für die ein Buch geschrieben, hast du nicht Bock auf für die und die und so weiter. Jedenfalls, wenn du dann halt ein neuer Autor bist und so weiter, du wirst Bücher schreiben und so, also du wirst das Buch, dieses Buch veröffentlichen, dann, genau, kannst du dich an Verlage wenden, aber meistens ist es so, dass du eigentlich keine Chance hast, weil die nehmen, soweit ich das weiß, 0,34 Prozent, so unter einem Prozent nehmen sie an. Also von diesen 2000 Büchern nehmen die eine Seite. Ja, zum Beispiel. Woran gehen die denn dabei? Nach der Story, was für ein Buch du geschrieben hast oder je nach Popularität oder wonach gehen die dann nehmen? Also wenn die mir ein Angebot geben, meinst du? Nee, wenn jetzt die Künstler dann sagen, hier, ich habe ein Buch, du sagst jetzt 200.000 am Tag. das ist Glück. Ach so, wow. Also das kann sein, guck mal, das kann sein, dass... Wenn die E-Mail untergeht oder wahrscheinlich die entdecken das. Genau, es kann sein, dass Lektorat irgendwann mal sagt, ich habe eine Stunde nichts zu tun, ich blätter mal diesen Müll. Ich blätter mal in diesem Manuskript rein und weil das wird ja alles entsorgt. Ich grabe einfach so raus, grabe raus, legt sich die ersten zwei Seiten Müll weg. Nimmt sich die nächsten, sagt zwei, drei Seiten Müll weg und dann nimmt sie ein auf einmal krass krass. Dann sagt sie, oh, okay, oh, okay, oh, okay. Ich glaube, wir haben jemanden da. Dann machen sie so ein Meeting, also die haben meistens immer Meetings und so weiter, wo sie so die neuen Bruchprojekte vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, Lektoraten sind die, die dann halt am Ende des Tages dann so diese neuen Künstler vorstellen und so weiter. Die sagen so, ich guck mal, ich schreibe jemanden ein Manuskript, so die ersten drei, vier, fünf, zwanzig Seiten und sich krass an, vielleicht können wir auch sehr was machen und so weiter. Und dann schreibt man die an, dann sagen die, schickt man das ganze Buch, also das ganze Manuskript und dann lesen sie sich das durch und am Ende kriegst du dann, wenn du Glück hast, dann verlagst die und so weiter. Aber so dieses, du sendest das, jemand sitzt da keine Zeit mehr. Ja, ja, safe, das ist zu viel, Alter. Zu viel, zu viel. Da müssen die Leute einstellen, die nur lesen, aber die Frage ist, würde sich das lohnen? Vor 20, 30 Jahren kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sowas gegeben hat, aber heutzutage ist so viel Druck und so viel Geld und so weiter, die sie machen müssen, sie haben ihre Zahlen, die haben keine Zeit mehr. Also schreiben sie lieber, was weiß ich, irgendeine Influencerin an und sagen, hey, guck mal, du hast 300.000 Follower, du schreibst über Beauty, hast du... Dann stellen die dich dahin und du schreibst das für die und dann Hauptsache deren Reichweite nutzen. Richtig, genau. Und dann schreibst du dann halt für die und dann, ja, wenn sie dann halt erfolgreich oder auch nicht erfolgreich. Jedenfalls, genau, ich würde dann... Zahlen die dich jetzt auch dann als Ghostwriter einmalig oder bist du beteiligt an den Einnahmen von Beauty? Es kommt darauf an, wie dein Vertrag aussieht. Aber meistens ist es so, dass du nicht an die Umsätze beteiligt bist, weil das zu viel Bürokratie ist und die wollen eigentlich, dass du deine Aufgabe ledigst. Und dann schau, du bist... Das ist eigentlich schade, Alter. Ja, Mann. In Amerika ist es nochmal anders. Da gibt es viel mit diese Punkte, dies, das... Richtig, weil in Deutschland hast du das ganz große Problem, was die Verlage auch haben, deshalb müssen sie ein bisschen maximal ein bisschen tricksen. In den USA hast du die Möglichkeit, deine Urheberrechte zu verkaufen. In Deutschland darfst du dann... Also gibt es... Du kannst deine Urheberrechte nicht verkaufen. Das geht nicht. Das ist rechtlich... Geht das nicht. Okay. Heißt, die Urheberrechte, dann wärst du quasi Ghostwriter offiziell mit eingetragen? Nee, nee. Auch nicht. Du musst tricksen. Das bedeutet, du unterschreibst zum Beispiel das Lektorat. Du sagst, okay, die hat das geschrieben, ich hab das nur verbessert. Das ist dann so, als hättest du das gar nicht geschrieben. Richtig, obwohl du das eigentlich geschrieben hast, aber du hast unterschrieben, dann hast du dich rechtlich hart. Das ist hart, das ist richtige Ausbeutung eigentlich. Ja, eigentlich schon, aber die umgehen das halt. In Amerika ist es ja genau so. In Amerika gibt es ja auch, du schreibst zum Beispiel für einen anderen Rapper und dann gibst du die Urheberrechte ab, dann kannst du nie wieder verdienen. Zum Beispiel der eine, der einen Song für Pedidi geschrieben hat, dieses I Will Be Missing You. I Will Be Missing You für Biggie damals. Genau, dieser Typ hat 2.000 Dollar bekommen. Wow, das ist gut. Es gibt eine Doku und so weiter, wo der 2.000 Millionen er ist baut. Der hat Millionen mit, das war der Song. Wie viele Künstler, guck mal, Diddy, 112 ist dadurch auch so richtig gepoppt und dann diese Faith Evans, Bruder, die haben einfach alle von diesem Song gegessen und der Typ, der das geschrieben hat, hat 2.000 Dollar. Und der hat sich auch damals, der hat auch so ein Interview gegeben, wo er sich richtig abgefuckt hat, gesagt, Pedidi hat mir nichts gegeben, danach kann man nie, und so weiter. Dann kann man nichts mehr. Heute wissen wir ja, warum, aber. Zu viel Partys. Ja, damals war, damals, du bist jetzt ja noch wilder oder zum Beispiel GC hat ja auch Steel Drill geschrieben, ist zwar auch offenes Geheimnis. War das nicht Jay-Z? Jay-Z war das. Genau, Jay-Z, genau. Der hat ja Steel Drill geschrieben und genau, der hat auch wahrscheinlich auch, auch jetzt nicht 50.000 Dollar bekommen. Damals junger Künstler, wahrscheinlich auch wenig. Jedenfalls in Deutschland ist es so, du kannst Urheberrechte nicht verkaufen und deshalb musst du das ein bisschen umgehen und so weiter. Du hast natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache einen Partnervertrag. Das bedeutet, man nennt dich dann drin als Schreiber oder als Inspiration, was auch immer. Du kannst auch 50 Cent oder 20 Cent bekommen, Beteiligung pro Buch und so weiter. Je nachdem, wie der Vertrag ist. Was du aushandelst, ne? Die Sache ist auch, was lohnt sich am Ende mehr. Du hast bestimmt Erfahrung auch, okay, sagen wir mal, das verkauft sich jetzt so und so viel. Dann verlangst du dann einfach voraus das, was du quasi... Ich glaube, vielleicht auch für wen du schreibst, wenn du jetzt so ein Buch für Hatha schreibst. Wir hatten mal irgendwo so ein Buch von Hatha. Haben wir das noch? Bücher sind ja auch nicht so wie Musik. Ich meine, Musik wird ja die ganze Zeit immer wieder konsumiert. Ja, ja. Das ist aber anders als ein Buch. Wenn ein Song ein Klassiker wird, dann wird das ja pot gehört, bis in alle Ewigkeit gefühlt, bis die Person stirbt. Aber Bücher, werden die die ganze Zeit noch gekauft? Ja, natürlich. Das beste Kapital, was du machen kannst, ist ein Buch, das unnormal durch die Decke gegangen ist. Weißt du, wie viel die J.K. Rowling bis heute immer noch an Harry Potter verdient? Ja, okay. Du bist reich als die Queen, ne? So, verstehst du? Bis sie 80 wird, wie sie noch... Verfilmen und dies und das. Verfilmen, Rechte, weil, guck mal, du musst dir vorstellen, ich schreib... Merchandise und so. Richtig. Der hat ja noch diese Rechte, ne? Ich schreib jetzt dieses Buch, bis die Libos findet. Das kaufen 15-, 16-Jährige. Die werden älter, heiraten. Auf einmal kommt Film. Nee, nee. Oder was meinst du? Da kommen die neue Generation, 13-, 14-Jährige. Ah. Also, nimmst du die Marketing auf und verkaufst das an die. 20 Jahre später kommen die nächsten 13-, 14-Jährigen. Oder nicht nur 20 Jahre, sondern auch jedes Jahr kommen ja neue 13-, 14-Jährige. Richtig, genau. Also das bedeutet, wenn du schlau bist, machst du jedes Mal immer Marketing, Marketing, änderst das Cover. Manchmal hast du auch die Möglichkeit, deshalb gibt es ja auch in den Büchern, siehst du ja auch immer dritte... Alte Bücher, die nochmal poppen irgendwie. Richtig, genau. Genau, du veränderst die Sprache ein bisschen. Manche Sachen hast du hingeschrieben. Dritte Version, vierte Version. Genau, genau. Es gibt bei manchen, die haben schon 26. Version. Aber die passen das ja immer wieder an und du kannst auch die Sprache ändern. Du kannst auch sagen, okay, heute sagt man zum Beispiel was weiß ich, äh, äh, Cringe. Ja. Änderst du das kurz. Ah, baust du das ein, ja. Dann baust du das an und dann denkt das wieder richtig. Ah, boah, krass. Wenn du ein krasses, zum Beispiel Alchemist, der ist, das Buch ist 30, 40 Jahre, der Typ verdient bis heute immer noch Geld oder das Buch... Wird er überhaupt noch? Ja, ja. All cold ist old as fuck, aber ja. Ähm, genau. Also das bedeutet so, wenn du das eine Buch hast, kannst du maximal verdienen. Okay, krass, Alter. Okay. Okay, also lohnt sich der Weg als Auto heutzutage immer noch? Auch wenn weniger Leute Bücher lesen? Ja. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass Leute zu Tage... Ich würde sagen, weniger als vor 20 Jahren. Würde ich sagen. Also ich kann es, also meine Zahlen sagen das Gegenteil auf jeden Fall, dass immer mehr Leute interessiert sind an Bücher, denke ich mal. Klar gibt es die andere Generation, die sehr viel TikTok hört und so weiter, aber es gibt immer noch Menge Leute, die immer noch Bücher lesen, genau. Vor allem sind Bücher auch die Inspiration für vieles, was danach kommt, für die ganzen Medien, die danach folgen. Viele Verfilmungen sind Bücherverfilmungen oder aus irgendeiner Serie entsteht aus irgendeinem Buch. Richtig. Das hast du ja auch noch verlassen. Genau, zum Beispiel, das beste Beispiel ist der Alchemist. Die Rechte, also eigentlich müsst ihr euch eigentlich wundern, warum bis heute dieses Buch nie verfilmt worden ist, obwohl das ja alles abgerissen hat damals. Der hat die Rechte damals verkauft, wie glaube ich 200.000 Dollar. Die haben das bis heute nicht gebacken bekommen, aus Daraus einen Film zu machen. Weil sie nicht wissen, wie sie die Geschichte erzählen sollen. Seit 20 Jahren und Paolo hat dann Ich überlege mal, der Alchemist, welches war das, wo dieser Junge auf diesen Berg klettert oder was? Genau, der Junge, der halt seine Bestimmung gesucht hat. Genau, der geht dann so einen Weg. Genau, der ist dann nach Ägypten gegangen, weil er da eine Frau finden wollte und so weiter. Dann hat er diesen einen Alchemist getroffen und so weiter. So viele. Das ist auch so sehr abstraktes Ding. Richtig, genau. Das ist nicht so wirklich so dieses so eine konkrete Storyline, sondern das ist sehr abstrakt, philosophisch so mehr. Genau, und es gab viele Autoren, die Normalerweise, ja, aber irgendwie ist das nicht dazu gekommen und das Problem ist, dieses Unternehmen hat dann diese Rechte gekauft und Paolo hat gesagt, hey, guck mal, vielleicht sterbe ich irgendwann mal, weil ich bin ja nicht mehr der Jüngste, ich will die Rechte wieder kaufen. Also er wollte die Rechte 10 Millionen. Nee, also er hätte auch 20 Millionen anbieten können und gesagt, nee, machen wir nicht. Haben die Nein gesagt? Nein. Weil das so wertvoll ist. Richtig. Die haben gesagt, bis heute bekommt ihr die Rechte. Das wird bestimmt nur in 10 Jahren erst so ein Film, dann gib ihm. Weil, natürlich, guck mal, du weißt, wenn du dieses Buch veröffentlicht, weil ich kann mir vielleicht vorstellen, dass das Unternehmen wartet, bis irgendwann meine Krisenzeit kommt, dass sie sagen, okay, jetzt hauen wir diese Joker. Ach so, so als Joker-mäßig, so, wir haben diese Leute in die Tasche. Richtig, ganz genau. Aber eigentlich kann man so ein Ding auch mehrmals verfilmen, weil jede Zeit hat ja nochmal so einen anderen. Genau. Das heißt, wenn du das heute verfilmst, ist es nicht so wie in 20 Jahren vielleicht, wo du auf einmal Hologramm auf einmal in deinem Zimmer hast. Das Medium ändert sich auch. Ja, ich denke mal, zum Beispiel, die haben das hinbekommen, Herr der Ringe zu verfilmen. Das war ja auch etwas, das war ja 20, 30 Jahre. Die Leute haben gesagt, wie sollen wir das machen? Ach krass, war so alt das Buch? Ja, Herr der Ringe ist ja zig Jahre, Jahrzehnten alt. Ja krass. Die haben die Rechte damals schon gekauft und die wollten, dass er damals verfilmen ist. Es gab Versuche, Herr der Ringe zu verfilmen. Und die haben das damals erst mal auf diese auf diese Filme, also nee, wie nennt man das nochmal? Cartoon-mäßig und so weiter. Weil die haben gesagt, hey, wir können jetzt nicht keine... Voll Borsche, Alter. Herr der Ringe-Karte. Scheiße. Ich bin ein richtiger Herr der Ringe-Fan. Ja, Mann. Und damals kam dann der Regisseur, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Jedenfalls, die haben gesagt, okay, komm, wir nehmen jetzt dieses Projekt in die Hand. 1001, glaube ich. Richtig, genau. Und die haben das maximal auseinandergenommen. Herr der Ringe 1, 2, 3, das war ja... Manchmal kennst du so, wenn an so einem Sonntag Herr der Ringe-Marathon. Ja, ja. Oder weißt du, wie oft ich das gemacht habe? Hast du die Serie geguckt, Ringe der Macht? Nee, hab ich leider nicht. Boah, auch Max. Ja? Vorerst Serie, die wohl die Produktion her war. Ehrlich, okay. Ist aber leider nicht so gut angekommen, es haben wohl nicht so viele Leute geguckt, aber auch richtig geile Produktion. Ja. Krass, Alter. Ey, ich hab Bock, Auto zu werden jetzt, ja. Scheiße, mal auf Bucke. Genau, und dann, wenn du halt, genau, dann, Verlage sagen dann zum Beispiel, nein, also ich empfehle die Leute, es kommt immer darauf an, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn du Selbstpublisher bist, also selbstständig bist, A, verdienst du mehr, B, du hast mehr Freiheit und C, vielleicht, du kannst Marketing so gestalten, wie du möchtest und die Buchverlage von heute machen auch nicht mehr viel mehr. Ja, ja. Viele Leute denken so, du bist jetzt mein Verlag und die bringen dich ins Fernsehen und du bist in Zeitungen und du bist ein Superstar. Das musst du selber machen. Das ist ja überall in der Unterhaltungs- oder generell in der, wie nennt man das, Medienbranche ist das mittlerweile. Verlage sind nur noch so, dass du dein Laden, dein Buch im Laden hast wahrscheinlich, oder? Richtig, genau. Das ist schön, also die geben deinen Kredit, das ist Vorschuss. Ja, okay. Genau wie Label. Richtig. Und dann denkst du so, okay, du hast es geschafft, aber das ist nichts anderes als nur Produktionskosten. Richtig, ganz genau. Und bei mir war das halt so gewesen, Usch, dann kam er zu mir und hat gesagt, hey, guck mal, du bist auf Platz 21, auf Platz 5 Amazon-Liste. Und ich hab ja damals schon für eine bekannte Influencerin ein Buch geschrieben. Die kam auch raus. Und ich kam auch raus. Und das Lustige ist, sie war auf Platz 4 und ich war auf Platz 5. Ich hab einfach die ganze gegen mein eigenes Buch gebeten. Und das Lustige war, ich hab das Buch für sie zuerst geschrieben. Ach, war 5 deine höchste Platzierung dann auch? Nee, auf Amazon war meine höchste Platzierung auf Platz 3. Boah, stark, Alter. Aber ganz Deutschland, Österreich und mit und so weiter. Und auf Platz 21 dann immer mal auf der Spielgebesseler-Liste und ich kann mich erinnern, ich hab dann für diese Influencerin dieses Buch geschrieben und als ich das geschrieben habe, ich fand das Buch so krass, dass ich gesagt habe, boah, ich schreibe meine eigene Version, aber noch krasser als das, was ich für sie geschrieben habe. Aber dadurch, dass sie halt eine krass Influencerin war, alles zusammen hat gepasst. Das Buch ging dann auf Platz. Ich glaube, die war Spielgebesseler-Liste. Lass mich nicht spielen. Ich glaube, zwischen Platz 1 zu 3 glaube ich, ist die gelangt. Oh, stark, Alter. Kannst du sagen, welche Influencerin darfst du wahrscheinlich? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich kann euch gerne, wenn die Kamera aus ist, sage ich euch das, aber sonst kann ich die nächsten. Keine Ghostwriting-Jobs mit danach. So, dann ist Game Over. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Also als Selbstpublisher würde ich auf jeden Fall würde ich sagen, mach das selber. und genau, es gibt heute Seiten wie Fiverr zum Beispiel, wo du Blackboard, Buchcover machen kannst und so weiter. Wichtig ist, nur achte auf die Qualität, dass es wirklich eine krasse Qualität hat und dann geht's los. Ja, ja, ja. Und man hat ja Marketing-Wegi wie TikTok oder wie andere Seiten, keine Ahnung, Reddit vielleicht, für Bücher noch oder YouTube. Genau, nutze alles aus, Snapchat, TikTok, schreibe. guck mal, zum Beispiel, du kannst da sagen, okay, ich schreibe jetzt nicht die krassesten Influencer, die jetzt 10.000, 5.000K haben, sondern ich schreibe Leute mit 2.000K, 3.000K, weil ich gebe Influencer, die sagen ganz ehrlich, die haben 5.000 Follower, kriegen 500 reale Likes, die würde ich eher anschreiben, anstatt wenn ich sage, ich nehme eine 50.000, die kriegt 1.000 Likes. Mikro-Influencer sind auf jeden Fall effektiver und vor allem die Leute sind engagierter in ihren Posts und so. Ja, ja, voll. Genau. Ja, das ist, das ist schon maximal interessant. Ja, ich habe auch noch persönliche Fragen eigentlich, aber ich überlege gerade, was kann man für die Zuschauer noch so, was vielleicht so eine Frage wäre, wenn man selber aufstrebender Auto wäre. Ist das, glaube ich, wirklich so Marketing, ist, glaube ich, so ein großes Thema? Ja, nicht unbedingt. Also du kannst auch ein Buch veröffentlichen und es gibt ja diese TikTok-Hypes zum Beispiel. Ach, die posten dann aktuell. Genau, du hast so ein krasses Buch geschrieben, das alle mitnehmen und die posten das und dann geht dein Buch richtig viral, ohne dass du überhaupt was machst. Ohne das, was man hauptsacht, das Buch ist schon krass. Sagst du, dass das passieren könnte? Das passt sehr oft, jeden Tag. Okay, krass. Es gibt auch so komische Sachen, wie zum Beispiel eine Frau, eine junge Frau, Teenagerin, hat ein Buch von ihrem Opa gepostet. Das war der Opa, hat ein Buch geschrieben vor 20 Jahren und sein größter Wunsch von diesem Opa war immer, dass dieses Buch immer mal durch die Decke geht. Und das Mädchen hat einfach aus Spaß ein TikTok-Video gemacht und hat gesagt, guck mal, mein Opa hat dieses Buch geschrieben, sein Wunsch war immer, dass dieses Buch erfolgreich wird und dieses TikTok-Video ist viral gegangen. Nein! Opa hat jetzt einfach maximal reich geworden. Weil die Leute gesagt haben, okay, so, wir holen uns einfach um diesen Wunsch. Geile Story, mein Opa. Ja, ja, damit dieser Opa mal ein bisschen Geld verdient und so weiter, kaufen wir in dieses Buch und dieses Buch ist irgendwie auf New Yorker Bestsellerliste auf Platz 5 gelandet oder so. Wow, Alter. In Amerika. In Amerika. Guck mal, am Ende des Tages war gutes Marketing, ich weiß nicht, ob das Buch gut war, weißt du, was weiß ich meine? Das Buch war wahrscheinlich Average. Ja, ja, so dieses, ja, komm. So, Hauptsache Buch. So, Hauptsache Buch. Wir sind froh, dass er diese Wörter zusammenbekommen hat. Dass er diese Laptop nur einbekommen hat. Ja, aber das meine ich, wenn du gutes Marketing hast, ist es manchmal auch, guck mal, deswegen sage ich ja, wenn die Labels, oder die Labels sage ich, die Vertriebe, wenn die schon auf Influencer setzen, dann wahrscheinlich, weil das einfach sich besser verkauft. Absolut. Weißt du, was ich meine? Und wenn du dann noch das kombinierst mit einem guten Writer, dann hast du natürlich die beste Mischung so, aber ich glaube, es ist schwieriger, wenn du aus dem Nichts kommst und niemand kennt dich, dass du dann dein Buch, also dass nur dein Buch gut ist und das durch Deck geht, stelle ich mir schwierig vor, aber es ist alles möglich. Ich meine, guck mal, ich habe ein Buch geschrieben damals, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut ist. Ich dachte auch, dass es Standard ist gut, ich habe an mich geglaubt, aber dieses, ja, es ist irgendwie auch spiegelbessere Listeplatz 21 oder so, hätte ich auch niemals gedacht, aber am Ende des Tages, es ist einfach der Wille. Wenn du weißt, dass das Buch schon gut ist, das ist erstmal das Allerwichtigste, es ist am Ende des Tages wirklich der Wille und es muss nicht unbedingt immer digital sein. ich habe meine ersten Schritte physisch gemacht, ich bin rausgegangen und habe die Bücher verteilt, komm mal auf so eine Idee, du musst ja nicht immer posten, du musst ja nicht immer irgendwelche Influencer schreiben, nimm Geld in die Hand, spar 200, 300 Euro, kaufe dir deine Bücher, geh raus und such dir deine Zielgruppe, wenn du weißt, es geht um, es ist so eine, es ist so eine typische deutsche Geschichte, also soll das nicht böse klingen und so weiter, so eine typische, Laura trifft Tom und die beiden verlieben sich, ja, dann geh zu diesen Studentencafés und so weiter, sag zu denen, hey, Leute, schreibt ein Buch, habt ihr Bock, mein Buch bei euch aufzustellen, einfach ein Regal, was viele Leute ja sagen, ich bin in den Cafés reingegangen, ich hab gesagt, guck mal, ich hab dieses Buch geschrieben, könnt ihr das mit Supporten auf ein Regal reintun und so weiter, ja, machen wir, warum nicht, reingetan, ich bin, ich hab ein Plakat ausgedruckt, ein Riesenplakat, mit meinem Gesicht und Buchcover, ich bin zu Dönerboden gegangen, ich hab gesagt, hey, guck mal, salam alaikum, alaikum salam, kann ich diesen Poster bei euch in der Ecke, ich bin Autor, mashallah, du bist Autor, kein Problem hängen, stark, geil, so, nein, man muss sich trauen, trau dich, versuch, frage, tue was, aber wenn du sagst, ja, okay, ich hab ein Buch geschrieben, was mach ich jetzt und so weiter, ich sitze zu Hause und denke, nachgibt, das kommt von alleine, man muss schon struggling, aber am Ende des Tages, wie du schon sagst, man muss schon irgendwie was machen, weil aus dem Nichts ist es, glaube ich, schwierig, dass die Leute das, es ist sehr unwahrscheinlich, sag ich mal, du brauchst viel Glück, klar, kann passieren, aber ich muss erst mal ankommen, ja, ja, und ich glaube, so, aber am Ende des Tages Qualität, wenn du wirklich ein Monsterbuch geschrieben hast, ist nochmal, glaube ich, was anderes. Auf jeden Fall, und du musst auch sehr viel Geduld haben, weil es ist ein Buch, das ein Buch erfolgreich wird, ist anders als Musik, Musik du hörst und direkt, bam, wenn das gut ist, kommt der Hype schnell da, aber ein Buch kann es sein, dass es zehn Jahre dauert. Weiß was ich meine. So, es gibt unzählige Bücher, ich habe jetzt ein Beispiel vergessen, ich hatte es gerade noch im Kopf gehabt, es gibt ein Buch, der hat ein Autor das geschrieben und das Buch ist erst zehn Jahre, nach seinem Tod oder was? Nee, nach der Veröffentlichung ist das erst durch die Decke gegangen. Krass. Zehn Jahre hat das Buch gebraucht. Da hat es wahrscheinlich der Erste dann gelesen. Genau. So, kam einer so zufällig, hat gesehen, so mitgenommen. Fuck, Bruder, was ist das für ein Buch? So, verstehst du, und dann ist es, das Buch ist erfolgreich geworden, also das bedeutet, nur weil sich das heute nicht verkauft, heißt es nicht, dass es sich morgen nicht verkaufen wird. Muss auch viel Geduld, weil also, ich brauchte ja auch zwei, drei Monate, bis der Hype gekommen ist. Ich hätte in diesen zwei, drei Monate auch sagen können, ich habe nichts drauf, das Buch ist scheiße. Aber du hast ja auch, du arbeitest noch nebenbei oder machst nur noch das? Ich arbeite noch nebenbei, einfach um, weil ich Pläne habe im Leben, also ich möchte Verlag gründen, ich habe noch andere Sachen, Immobilien und so weiter, deshalb versuche ich schon ein bisschen, nicht den selben Fehler wieder zu machen, wie früher. Ist auch teurer Alltag, glaube ich, komplett selbstständig mit Büchern und so weiter, oder? Weil am Ende Versicherung, dies, das, das ist nicht so einfach. Also ich sage ganz ehrlich, also für jeden da draußen, der ein Buch veröffentlichen möchte und davon leben möchte, also unter 10.000 Euro brauchst du erst gar nicht anzufangen. Du musst schon, okay, sagen wir mal, ab 8.000 Euro im Monat musst du schon verdienen, damit du sagen kannst, alleine die Abgaben, Steuern später. 50% gehen sowieso weg. Also das bedeutet, du verdienst, sagen wir mal, du verdienst 10.000 Euro, am Ende hast du, 5.000 Euro. Da kommt Krankenkasse, da kommt andere Versicherungen, du hast Miete zu bezahlen, du hast vielleicht eine Familie, du willst vielleicht reisen und so weiter, willst du auch mal was gönnen und so weiter, Auto hast du, Finanzierung hast du, oder du kannst mir nicht sagen, dass du 5.000 Euro im Monat denkst, ja, ich habe es geschafft, hast du nichts geschafft. Manchmal ist es sogar besser, wenn du nur einen Tauwiff verdienst, als so. Ja, manchmal ist es sogar besser, ja, ja. Und dann noch nebenbei ein bisschen Arbeit, dann hast du weniger Kopfschmerzen. Richtig. Genau deshalb mache ich das immer so, dass ich sage, okay, ich habe auf jeden Fall noch einen Job, den ich mache, wo ich sage, okay, alles da nebenbei ist safe, den Rest, sprachen, 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 bis ich den bestimmten Summe habe und dann gehe ich zum nächsten Move und mein nächster Move ist auf jeden Fall am eigenen Verlag. Also dann so mit unseren Büchern, deinem Buch und mein Buch. Ich schalte. Meine Story habe ich auf jeden Fall. Meine Story habe ich auch. Du weißt welche. Ja? Achso, ja, doch, ich glaube, ich weiß welchen du meins. Kann man jetzt auch nicht vor erläufig auf der Kamera sagen, seine Story? Kann er dir aufkämen, kann er dir das sagen? Bei mir ist ganz klassisch, Bruder, ich bin eigentlich Porno-Star. Ich bin eigentlich Schopatin. Ehrlich? Hau mal raus, Bruder, zu Schopatin. Boah, Bruder. Die Story geht jetzt viel zu lang. Sag mal eben den groben Plot, dann kann er dir sagen, ob das ein Buch fertig ist. Achso, du hast eine Story, die du mir erzählen möchtest? Hau mal raus. Nein, eine Story für Buch könnte man nehmen. Achso, ja, erzähl. Bruder, also ich war mit einer Psychopathin zusammen, wo ich manchmal gar nicht wusste, was eine Psychopathin ist. Gib dir einfach. So heißt das Buch, ich war mit einer Psychopathin zusammen. Die Psychopathin, die Ex und ich. Merke ich mir. Auf einmal so zehn Jahre später, er hat ein Buch, meine Story. Egal, mach das. Er wartet immer acht Jahre, bis er rauskommt. Ich war mit einer zusammen, ganz normal klassisch, so Jugendliebe von klein auf, mit ihr Schluss gemacht, zwei, drei Jahre Single gewesen, die nächste kennengelernt. So die, mit der so, glaube ich, zweieinhalb Jahre zusammen gewesen. Irgendwann kommt die Jugendliebe, die davor, kommt zu mir und meint, ey, wie geht's, dies, das? Der hat sich so fünf, sechs Jahre nicht gemeldet gefühlt. Ich so, was geht ab und so? Dann meinte, guck mal, da ist ein Typ, ich hab jetzt seit ungefähr fast drei Jahren Kontakt mit dem und es dreht sich immer nur alles um dich. Ich so, um mich? Warum um mich? Meinte, ja, der hat mir damals vor drei Jahren unter dem Vorwand geschrieben, dass er dich kennt, kennst du einen Zello aus Neues, der ist Rapper, bla, bla, bla. Er will mit meiner Cousine, der will sich meine Cousine kennenlernen. Ich will mal gucken, wie das ist. So hab ich ihn kennengelernt. Meinte, irgendwann, jetzt mittlerweile bin ich an dem Punkt, ich hab dich noch nie gesehen, meinte die, aber von dem kamen so Nachrichten mit, ich hab dich da und da gesehen, du hattest das und das an, ich hab dich mit deinem Vater gesehen, meinte, ich hab Angst bekommen. Ich so, gib mal die Nummer von dem Typ, ich ruf dir mal an. Auf einmal ist das einfach meine Perle, mit der ich zweieinhalb Jahre zusammen war, hat Fake-Profil Facebook gemacht, ich schwöre, Bruder, und dann drei Jahre lang meine Ex gestalkt. Niemals. Auf grauenhafte Art und Bruder, und das ist wirklich nicht mal der Gipfel, was ich dir gerade erzähle, das ist so Mount Everestberg. Deine Geschichte, so als Grundpfeiler, dann noch hier ein bisschen Fleisch, hier ein bisschen wie das. So, wie er gesagt hat, diese Dinge. Das könnte schon so ein geiles Ding werden. Ja, ja, safe. Dann müsstest du das aber noch in die Länge stretchen. Ja, Bruder, ich hab genug Material, was er sagen kann. Oder ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir noch zu diesen Themen noch was sagen wollen, aber ich hab eine abschließende Frage, falls du mir noch, ich wollte dich fragen, was sind deine fünf Lieblingsbücher? Also, was dir jetzt so in den Kopf kommt, kann sich ja immer ändern. Der Alchemist. Top, also Nummer eins oder keine Reihenfolge? Doch, okay, keine Reihenfolge, aber ich würde schon sagen, so. Okay, einer der oberen. Genau. Dann, Vom Winde verweht, maximal Liebesroman, dieses Graue. Das ist aber schon Vom Winde verweht, kitschig, oder? Das Buch ist, also es ist schon natürlich Liebe und so weiter, aber das Buch ist einer der heftigsten Liebesromane, die ich jemals gelesen habe, weil du musst dir vorstellen, es geht um den Krieg zwischen, es ist Bürgerkrieg in Amerika zwischen New York und, also Süd und, nee, Nord, Süd, auf jeden Fall hier New York und Texas und so weiter und du musst dir vorstellen, damals unten, diese ganzen Texas und so, die waren ja maximal rassistisch. Ja. New York und so weiter, die waren schon ein bisschen vorgeschritten, die wollten so dieses Kaberei wegmachen und so weiter und in dieser Kriegszeit und so weiter ist ein Mädchen, die lebt in einem sehr reichen Ort oder die hat eine reiche Familie und die hat auch so viele Schwarze, die so Baumwoll pflücken und so weiter. Okay, Sklaven einfach. So Sklaven und so weiter und, und dieses Mädchen verliebt sich in so einen jungen Mann und so weiter und dieser Junge hat sich aber in ein anderes Mädchen verliebt und geht zusätzlich noch in den Krieg und in diesem Konstrukt, Wow, komplett innerer, äußerer, mittlerer Konflikt. So, und dann kommt der äußerliche Konflikt, das Krieg ausbricht und die ist maximal reich gewesen und ist dann komplett arm gewesen danach, sodass sie wirklich nichts mehr hatte und so weiter und, und dann in dieser, in dieser Geschichte passiert das auf, dass, also, in dieser Geschichte muss sie dann mit der Frau leben, von dem Mann, in dem sie verliebt ist. Wow. kommt das zusammen und die ist in diesen Mann verliebt und lebt einfach mit seiner Frau so und die hasst diese Frau maximal und so weiter. Und, äh, ja, also, ich will jetzt nicht viel spoilern und so weiter, aber das Buch ist 1000 Seiten, also, ich glaube, so 900 Seiten dick und ich habe das, glaube ich, in zwei Monaten durchgebrettert, weil das Buch so spannend ist, aber maximal rassistisch auch, muss man sagen. Ja, es ist älter, ja. Ich habe noch nie so viele Beleidigungen von Schwarzen gesehen in diesem Buch. Das ist, das Buch ist richtig rassistisch. Man muss damit umgehen, ist natürlich klar, damals, zu damaliger Zeit, also, die haben die Schwarzen wirklich so dargestellt wie so dumme Menschen einfach so, wie sie auch wirklich damals gedacht haben. Aber wenn man das ausblendet und so weiter, ist die Geschichte schon sehr, sehr, sehr krass. Dann, Top 3 ist, ähm, der Fänger von Roggen. Okay. Es ist ein junger Mann, ähm, ist in der Uni und sagt von heute auf morgen, hey, wisst ihr was, ich packe meine Koffer, ich will nicht mehr studieren, ich will nichts mehr machen und so weiter, ich will jetzt reisen. Und vor der Reise will er aber noch seine Eltern besuchen. Und, es ist ein Buch, es ist, also, es passiert eigentlich gar nichts. Es ist einfach nur, es ist nur dieser Besuch. Nur dieser Besuch. Er steigt im Zug ein und fährt zu seinen Eltern, nur diese Geschichte. Und am Ende ist er da und so weiter und das Buch auch schon zu Ende. Aber was da passiert, die Unterhaltungen, die Art, wie der schreibt, was er sagt und so weiter, es ist maximal, holt sich das Buch ab. Okay, krass. Es ist eigentlich, es passiert nichts im Buch, nichts Besonderes. Er verliebt sich nicht oder stirbt oder irgendwas, es passiert nichts. Aber das Buch ist so krass. Und reflektiert er da über seine Gedanken oder was macht er? Richtig. Er redet mit anderen Leuten, aber es ist einfach, wie der Mensch das geschrieben hat, dieser Autor das geschrieben hat, es ist einfach krass. Du denkst, du bist drin in diesem Raum und du hörst die Gespräche mit und so weiter und manchmal musst du lachen, manchmal bist du traurig und so weiter, manchmal bist du wütend und so. Das ist einer der meistverkauften Bücher aller Zeiten. Das hat sich irgendwie 50, 60 Millionen Mal verkauft. Uff, einfach mehr als Koran, Alter. Stell dir vor, so Roman überholt Koran und Bibel. Ich will auch irgendwann mal vielleicht auch ein Buch, aber da kommen wir gleich vielleicht dazu. Jedenfalls, genau, Finger von Roggen. Wie heißt das? Fänger oder Finger? Der Fänger. Von Roggen? Von Roggen, ja. Okay. Von wem? Boah, ich weiß nicht. Mit Namen richtig schlecht, muss ich sagen. Dann, Top 4 ist Lolita. Lolita. Davon gab es auch einen Film, glaube ich, ne? So ein alter Mann mit so einer Jüngeren. Ja, ja. Ja, den Film habe ich gesehen. Ja, ja. Also das ist aber sehr, also wenn ich das sage, die Leute gucken mich an und denken, so, was ist los mit dir? So. Ja, ja. Aber das Buch, also wenn wir nur Kunst bewerten und so weiter, A, Skandal. Guck mal, du bist mit einem 30-Jährigen zusammen, du bist 40 und so. Was ist los mit dir? Aber damals war das so ein Tabubruch und die Geschichte ist halt so krass und der Typ, also der schreibt ja als dieser Typ und seine Gedanken so zu verfolgen und so weiter, warum wir in den 30-Jährigen haben. Das ist heftig, wenn Autoren es wirklich schaffen, so Gedanken so klar, kristallklar zu zeigen, sodass du denkst, okay, ich verstehe jetzt, warum. Aber du musst verrückt sein. Also ich bin auf jeden Fall krank, muss ich sagen, weil manchmal, also es ist mir auch sehr, so oft passiert, dass ich ein Buch schreibe und ich bin Gedanken verfallen über diese Person, ich muss weinen, weil mich diese Szene so mitnimmt und so weiter. Weil sie sich so in den Kopf versetzt. Ja, ja. Aber also manchmal, wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe und die Geschichte ist sehr, sehr traurig, ich wüsste, ich bin vielleicht für eine Woche, ich komme nicht mehr klar. Boah, hart. Eine Geschichte halt sehr, 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 sehr ein mitnimmt. Du musst halt als Künstler so... Es gibt so ein Buch von Stefan Zweig, ich weiß nicht mehr, welches das war. Ich habe viel von Stefan Zweig gelesen, eigentlich fast alles. Und da hat er so aus der Situation oder aus dem Kopf von Kindern geschrieben. Krass. Und das ist ja wirklich, man denkt so, wie will man aus dem Kopf von Kindern schreiben? Also es ist wirklich, man stellt sich das schon so schwer vor, aber es ist so realistisch, dass ich sogar mir dachte, boah, ich habe als Kind so gedacht. Ja, ja. Dass ich so Flashbacks hatte, so ich so, genauso habe ich gedacht, als ich kein Kind war. Das ist wirklich krass. Das ist Kunst. Und wenn du sowas hast, dann sage ich immer so, du musst ein krasses Buch haben und dann kommt das auch. Und als fünftes würde ich sagen, das Parfüm. Das Parfüm kenne ich sogar. Das Buch ist, es gab und gibt kein Buch auf dieser Welt, der Gerüche so erklären kann, sodass du das, du riechst das im Buch. Also der definiert die Gerüche so krass, du riechst das. Du denkst, okay, krass, ja, man, ich rieche das. Also das ist ein Junge, ihr müsst euch das vorstellen, der wird geboren und seine, er hat keine Mutter, also der hat schon eine Mutter, aber die Mutter so mäßig hat ihn so weggeschmissen, direkt nach Geburt so weg. Und hat aber überlebt. Und seine Mutter wurde dafür dann umgebracht. Die Mutter war ein bisschen crazy, oder was? Ja, die Mutter, so ist eine so, sie hat mit den, den was gehabt und so weiter, schwanger und dachte sich, was ist das, so weg damit, so in den Müll. Und der Junge wurde dann gerettet und der hat so eine Entwicklung schon als Junge entwickelt, dass er sehr, Gerüche sehr stark wahrnehmen kann. Und das ist eigentlich ein Talent. Aber kann auch scheiße sein, wenn du richtig und als schlechte Sachen riecht. Richtig. Ja. Wenn jemand vor dir frutzt und so weiter. Du so, boah, Bruder, hast du gegessen? Du riechst nicht diesen Frutzt, du riechst Erbsen, du riechst Erbsen und so weiter. So, alles, was er da drin hat. Du hast gestern das gekriegt, das ist von mir. Und der Junge wird dann später zum Mörder, weil der wollte immer in seinem Leben das perfekte Parfum entwickeln, ein Parfum, das die Sinne beraubt. Und der hat dann irgendwann mal, ist er Schüler geworden von irgendeinem Mann, der hat auch so ein Parfum gelernt gehabt, aber bei ihm lief nicht. Gar nicht. Und der ist dann zu ihm hingegangen und hat gesagt, hey, guck mal, ich mache dir diese maximale Parfum, mache ich dir, lass mich nur bei dir arbeiten, lass mich tun und lass meine Fantasien so. Der hat gesagt, okay, nimm nur alles, was du willst, mach mir diese Parfum. Und er hat immer seinen Keller, hat ihm so Parfums gemacht und so weiter und er hat das halt unter seinen Namen verkauft und er wurde richtig, richtig reich. Ach. So. Und dann ist es so, dass er immer kranker und kranker wurde, also verrückt und er wollte dieses eine Parfum haben, das die Sinne beraubt. Und was macht er? Jeder von uns hat ja auch selbst einen Geruch, ne? Und man sagt, umso hübscher eine Frau ist, umso schön riecht diese Frau. Okay, das wird ein bisschen crazy. Was macht er? Der holt sich die hübschesten Frauen, am besten Jungfrauen und junge, also jungpubertierende Frauen, tötet sie, packt sie in so einen chemischen... Hast du gerade gesagt, tötet sie? Ja, ja, tötet sie, packt sie in so einen chemischen Dings rein, prozess und so weiter, ratzt diese Haut ab, genau, um die Du... Genau. Und macht dann... Bruder, warst du das für ein kranker Typ? So, und macht dann daraus diesen einen Parfum. Warst du das geil? Ja. Kannst du das, es ist gut? Riecht es für dich? Warte, warte. Und er hat es geschafft, diesen Parfum zu machen. Uff, geschafft. Das war maximaler Parfum. Und dann gab es irgendwann mal eine Aufruhe, weil so junge Frauen sterben. Irgendein Serienkiller. Alle sterben und so. Und die dachten, okay, wie ist das? Und der hatte ihn mal so ausgetrickst und dann wurde er irgendwann mal verhaftet. Und dann hat er diese eine Flasche in seine Husentasche gehabt und so weiter. Und dann, bevor er umgebracht wird, was macht er? Er schafft es irgendwie, diese Flasche aufzumachen und diesen Parfum wegzuwerfen. Nein, nein, nicht zu vergießen. Also fällt und so weiter, die Tropfen gehen raus und dieses Parfum ist so stark, dass alle Menschen umherum, also die ganze Masse sich angefangen haben, nackt auszuziehen, gegenseitig sich auseinanderzunehmen, so Sex zu haben, zu küssen. Also Max, die waren komplett lost. Die küssen sich und was passiert? Die vergessen den. Die vergessen den, der flieht, aber das Parfum ist so stark, dass die Leute unter einer Trance verfolgen und sich anfangen selber zu killen. So. Bruder. Und das Ende kann ich aber nicht verraten und so weiter. Das war nicht mal das Ende? Nee, das Buch geht es noch weiter. Wow, wie heißt das, hast du gesagt? Das Parfum. Das musst du direkt lesen. Wie krank, Alter. Das ist ein Buch, ich habe noch nie in meinem Leben wirklich so, also dieser Autor, also ich komme nicht einmal annähernd an so eine Art zu schreiben ran, weil der beschreibt die Sachen, die Steine, die Gerüchte, das Wasser, also der beschreibt sogar, wie er diesen Parfum zusammenmixen und so weiter. Wie, also das ist für mich, das ist krank. Die Frage ist auch manchmal so, Digga, so manchmal ist es so detailliert, dass du dir denkst, das könnte man jetzt einfach so nachmachen. Er hat einfach Anleitungen geschrieben. Richtig, ja. Wie lange beschäftigen sich Autoren mit so Sachen, weil, Bro, es gibt ja Sachen, du weißt nicht, zum Beispiel du willst jetzt über einen Handwerker schreiben, aber du hast keine Ahnung über ein Handwerk. Mhm. Bro, damit jetzt ein Handwerker das liest und sich denkt, ja, das ist realistisch so, musste er schon irgendwie da reingehen in die Materie und wirklich sich Handwerk angucken und sich die ganzen Dinger holen und sagen, okay, was ist das? Das machen die auch. Weißt du, das machen die, ja, ich weiß. Das machen die. Also es gibt zum Beispiel krass, dass man sich so da reinversetzt, dass man das schreiben kann. Es gibt zum Beispiel so eine Geschichte, das heißt, irgendwas mit morgen. Gestern war mein Morgen oder morgen mein gestern, nee, ein Morgen ohne gestern, irgendein so einen Titel, und zwar geht es um meine Frau, die hat Demenz. Und man schreibt, als ich form bei der Frau. Also das bedeutet, du bist diese Frau, du liest diese Frau und du bist dabei in diesem Prozess. Und die Autorin hat gesagt, bevor ich diesen Spruch geschrieben habe, ich habe mich jetzt mal mit unzähligen demenzkranken Leuten unterhalten und deren Verwandten und so weiter, um herauszufinden, wie ist das Demenz zu sein wirklich? Das ist das, Alter. Das ist echt anstrengende, diepe Recherche, damit es wirklich nice wird. Und da kommen wir wirklich zu, das ist mein Beruf und meine Bestimmung und das ist Business. Ja, ja, das kannst du nicht machen, so nebenbei. Richtig. Das musst du 24-7 leben. Richtig, ja. Das ist hart, Alter. Deswegen ist es gerade so, als Künstler, wenn du halt dann auch nicht die finanziellen Mittel fährst, ich kann mir vorstellen, dass dann so voller innere Konflikt auch entsteht, dass du sagst, ich will das noch geiler machen, aber es geht nicht, ich habe keine Zeit, weil ich nebenbei vielleicht arbeiten muss oder sowas. Das ist halt so, aber wenn du so crazy bist, dass es trotzdem durchziehst, dann können wirklich behinderte Bücher kommen. Auf jeden Fall. Also ich habe manchmal so Ideen, ich habe zum Beispiel eine Idee, ich habe so mehrere Ideen, eine davon ist, eine Deutsche lebt irgendwo in Bayern, also maximal Deutsch, alles was es gibt und so weiter. Und aus dem Nichts, von einem Tag auf den anderen, kriegt sie Kopf durch und sagt, ich bin Muslimin. Boah, aus dem Nichts, man weiß nicht warum. Das wäre so eine geile Story. Man weiß nicht warum. Die zieht das radikal durch und so weiter. Sie sagt, ich esse kein Schwein mehr, ich bete jetzt fünfmal am Tag und die ganze Familie ist maximal German. Die Frage ist, wie würden die reagieren? Was würde da passieren? So, die verstehen die Welt nicht mehr. Die sagen, okay, ist sie vielleicht mit Muslimin zusammengekommen, betrogen oder hat sie plötzlich jemanden kennengelernt oder irgendwas so. Nichts, wie der Mann recherchiert, guckt sich die Browser an von der Frau, nichts. Guckt in ihre Taschen, guckt in die Wohnung, ist irgendwas da? Nichts. Das wäre auch so ein geiler Plot, dass du quasi das Ende wissen willst, unbedingt. Wenn du das erst wirklich die Spannung aufbauen kannst an dem Ding. Richtig. Und am Ende der Geschichte passiert tatsächlich ein Plot-Twist, so dass du zurücklesen möchtest und du wurdest die ganze Zeit verarscht. Ach. Du hast schon das Ende im Kopf. Stark. Oder geiles Ding. Gib ihm. Gib ihm, ich hole. Schreib sofort. Fang an, Morgan. Für dich auf jeden Fall. Morgen direkt. Fang sofort an. Ich will das Ende wissen. Eine andere Idee ist, ich weiß nicht, ob ihr das gut findet, das schwebt mir auch jetzt im Kopf. Ein junger Mann, Vater, immer, die haben eine eigene Moschee gebaut und so weiter, so sehr anerkannte Menschen und so weiter, sehr respektiert. Und der junge Mann, der muss bald heiraten. Eines Tages, so klingelt das bei denen, Postkopf. Die bekommen ein Paket. Der Vater denkt so, was ist da so ein Paket? Die machen auf, da ist eine Videokassette drin. Dann hat er gesagt, was ist das so? Lass mal gucken und so weiter. Die machen diese Videokassette rein und er sieht, sein Sohn küssen andere Mann in diesem Video. Wow. Und er ist Imam. Er ist Imam und sein Sohn ist eigentlich maximal Muslim. Mit fünf Mal am Tag beten, Hatsch gemacht und so weiter. Ist nur Helal. So alles, was es gibt. Aber er sieht in diesem Video, dass der Junge ein Mann ist. Das ist schon ein geiler Upload. Wie geht's weiter? Genau, wenn du das fragst, okay, dann ist das schon eine geile Story, glaube ich. Max, Videokassette, die ist das? So, die Frage ist, woher kommt dieses Videokassette? Wer hat gefilmt? Was passiert danach? So, Familie, sieht das? Wer hat das noch gesehen? Was ist überhaupt, seit wann ist er da drin? Wenn er das, stimmt das wirklich? Oder ist das vielleicht eine Verarschung? Aber es wirklich stimmt. So, was ist mit dem Junge los? Er sagt auch dieses So. Wir haben so ein Ding, wir sagen immer So. Du hast es auch, Alter, ich küssere den. So. Also, man fragt dich so, ne, was passiert? Bruder, es verlobt auch noch. Maximal. Bruder, das ist krass, kranke Stories, Alter. Bruder, ich fand unser Gespräch bis hierhin sehr, sehr geil. Es könnte auch locker noch drei Stunden, glaube ich, noch weitergehen. Sollen wir so sagen, dass wir uns einfach irgendwann nochmal so eine fortsetzen können, weil wir haben uns jetzt sehr lange mit deiner Geschichte auch beschäftigt. Ich glaube, wir könnten nochmal so eine Folge über Bücher machen. Ich glaube, du könntest auch viele Dinge erzählen, welche Bücher du feierst und so. Für Leute auch, dass sie wieder Bock haben zu lesen. Ich zum Beispiel habe jetzt Bock, so deine Top 5 mal durchzulesen. Dieses Parfümbuch, oder boah, ich denke auf jeden Fall. Und wir danken dir, dass du hergekommen bist, die lange Reise auf dich genommen hast. Gerne. Und die letzten Worte gehören dir, Bruder, willst du noch irgendwas sagen für die Leute? Vielleicht ein bisschen Promo, wir haben hier deine Bücher. Ja, genau. Genau, ich bin ja Autor, wie ihr wisst, also viele Bücher geschrieben. Also wenn ihr Liebesromane lesen wollt, bis die Liebesromane findet, war mein erstes Buch gewesen. Da habe ich, ja sozusagen alles selber gemacht, Marketing und so weiter. Ansonsten habe ich auch ein Buch gegen Liebeskummer und Herzschmerz geschrieben. Das nennt sich Fünf Räume. Gib mir das mal. Ich habe immer so Herzschmerz, Liebeskummer. Kein Problem. Oder einmal Dingens. Unterschreiben gerne. Ja, man macht so für Ready to Podcasts oder so. Und, genau. Sollen wir ein Buch verschenken oder so? Ne, wir können alles verschenken. Ich habe noch ein bisschen da. Okay, stark. Dann verschenken wir, sollen wir drei Bücher, wir gucken, wir verschenken eine Bücher. Was müssen die Leute machen? Kommentieren, abonnieren. Genau. Und liken. Diese Folge auf YouTube. So. Okay. Genau. Und wenn du einen Traum hast, Autor zu werden, zu schreiben, ganz großer Tipp von mir, mach dir nicht zuerst die Gedanken, wie veröffentlichst du das Buch oder wie wirst du erfolgreich, schreib es mal zu Ende. Fällt erst mal gut. Richtig. Weil ich sage immer, erst wenn du es zu Ende geschrieben hast, dann weißt du, ob du wirklich ein Autor werden möchtest oder nicht. Solange du es noch nicht geschrieben hast, ist das alles nur Fantasie. Stark, stark, stark. Stark. Voll, voll. Dann würde ich sagen, oder muss es auch gut werden, ne, in dem, was er macht, erst mal ein paar Dinger schreiben vielleicht. Ja, genau. Nö, 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 nö. Gar nicht. Ein Ding schreiben wenigstens. Ja, auf jeden Fall. Also schreib einfach. Und ich sage euch schon ganz ehrlich, vielleicht noch zu diesem letzten Punkt, es gibt nicht dieses eine Buch, was gut oder schlecht ist, weil was gut und schlecht ist, anscheinend am Ende deine Leser. Weder du noch deine Freunde, also natürlich du, dir gefällt das, klar, aber am Ende des Tages sind das deine Leser, die am Ende sagen, hey, das ist gut. So, und es gibt Bücher, sage ich dir ganz ehrlich, die sind so einfach geschrieben worden, aber sind besser geworden, wo ich sage, ich habe dir arrogant zu sagen, hätte sogar ich schreiben können. Okay, okay, ja, weil aber der Typ sein eigenes Stil und seine eigene Art selber so gemacht hat. Okay. Stark, stark. Also man weiß nie. Man weiß nicht. Schreiben, schreib einfach. Einfach machen. Einfach machen, genau. Just do it. Besser als TikToks den ganzen Tag zu gucken. So. So. Deswegen würde ich sagen, schaltet wieder hin, wenn es heißt Ready to Podcast. Woooo.